Anarcho-Kapitalisten sind vor allem von einem motiviert, einer brennenden Leidenschaft für Gerechtigkeit. Der Maßstab für diese Gerechtigkeit sind Eigentumsrechte einmal über den eigenen Körper und über dingliches Eigentum, das man gerecht erworben hat. Der größte Mindfuck ist zu realisieren, dass der Staat, der eigentlich die Eigentumsrechte der Menschen schützen soll, genau diese Rechte vergewaltigt. Kurz, Krieg ist Massenmord und Steuern sind Raub. Um mehr über Anarcho-Kapitalismus zu erfahren, lies Mary Rothbard und höre den Alex Anarcho-Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Alex Anarcho-Podcast-Videostream. Das hier wird jetzt also auch auf YouTube und Bitchwood verfügbar sein für die Leute, die sich da das Video anschauen wollen. Weil wir werden heute die jüngste Debatte der Demokraten anschauen und ein bisschen analysieren. Und ich habe mir gedacht, weil das eigentlich ein Video ist und weil so ein paar Nuancen, die eben in dieser Debatte nicht verbal rüberkommen, verloren gehen, wenn man nur das Audio hört, habe ich mir gedacht, ich mache auch mal ein Video dazu. Also, für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, falls ihr das Video sehen wollt, dann rüber auf YouTube und Bitchwood. Ich werde das dann auch im Podcast verlinken wahrscheinlich. Und genau, dann könnt ihr euch das anschauen. Es war, ich habe mir das jetzt schon angehört und teilweise auch angeschaut, die Debatte. Ich fand, also vielleicht so zum Recap für die Leute, die jetzt hier zum ersten Mal einschalten. Denn die Amerikaner wählen ja dieses Jahr im November ihren nächsten Präsidenten. Und da steht Donald Trump zur Wahl an und auch einer der Demokraten. Also Donald Trump ist ein Republikaner. Und wir haben in den USA so diese zwei großen Parteien, die Republikaner eben und die Demokraten. Und ja, jetzt ist hier also die Frage, wer bei den Demokraten das Rennen machen wird, wer im November gegen Donald Trump auf dem Zettel steht, wo dann die Amerikaner abstimmen können. Und ja, da sind jetzt nur noch zwei Leute im Rennen eigentlich. Einmal ist das der Bernie Sanders. Das ist ein Name, den man wahrscheinlich schon 2016 gehört hat, weil der da auch schon kandidiert hat und haarscharf gegen Hillary verloren hat. Also der wurde da aus dem Rennen geboxt in der Democratic National Convention. Und ja, jetzt tritt er also wieder an und möchte es sich nochmal beweisen. Sein Gegner ist Joe Biden. Das ist vielleicht auch ein Name, der bei dem einen oder anderen ein Glöckchen klingeln lässt, weil Joe Biden war acht Jahre lang unter Barack Obama, Barack Hussein Obama, war er der Vizepräsident. Und ja, gut, also diese beiden Leute stehen jetzt zur Auswahl. Und vielleicht, falls ihr jetzt die anderen Podcasts nicht gehört habt, ich habe schon mal so ein bisschen die Debatten analysiert. Und da war dann immer so die Frage, ja, wird Joe Biden, der eigentlich im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde, wird er das Rennen machen können? Und bis vor ein paar Wochen sah es eigentlich ziemlich schlecht um Joe Biden aus. Das heißt, er hat die ersten zwei Primaries, also das sind so Vorwahlen, wo praktisch die demokratische Partei ihren Kandidaten wählt, hat er eigentlich verloren. Ja, also er ist da nicht Erster oder Zweiter geworden, sondern, glaube ich, Vierter, Fünfter. Und na gut, jetzt hat sich das Rennen ein bisschen gewandelt. Viele Kandidaten haben aufgegeben. Ja, mir ja Pete Buttigieg zum Beispiel oder Amy Klobuchar oder Elizabeth Warren. Die haben alle das Handtuch geschmissen, weil irgendwann klar war, da kommt nichts bei rum. Ja, und Michael Bloomberg übrigens auch. Und die haben eigentlich alle durch die Bank Joe Biden endorsed. Bis auf die gute Pocahontas, also Elizabeth Warren. Die hat, glaube ich, noch niemanden endorsed. Aber, also ich glaube, sie wird irgendwann den beiden auch endorsen und wahrscheinlich dann eine Position in seiner Regierung bekommen dafür. Naja, auf jeden Fall, Bernie Sanders, der bisher also bis vor ein paar Wochen noch vorne lag und so der Favorite war, der ist jetzt der Underdog. Ja, der ist jetzt sozusagen in der benachteiligten Position und muss sich da zurück an die Spitze kämpfen. Das ist also so das Setting von dieser Debatte. Außerdem natürlich, wir werden das jetzt auch gleich hören, gerade Corona, ja, ganz groß. Deswegen ist diese Debatte, normalerweise sind die vor Publikum, aber diese Debatte ist jetzt eben nicht vor Publikum, sondern im Hauptstadtstudio von CNN, also in Washington DC. Und da sind jetzt also nur der Bernie und der Joe und halt die Moderatoren. Gut, also das wird, das ist so das Setting von der Debatte. Wie gesagt, sie sind jetzt nur noch zu zweit im Rennen und ja, also vielleicht halte ich so meine Impressionen. Ich habe mir das jetzt ja schon ganz angehört. Ich war so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, von der Debatte, weil Joe Biden, ja, also Joe Biden, der Frontrunner aktuell, fand ich, also ich mag den nicht. Für Leute, die das jetzt noch nicht wissen, Newsflash, ich bin eigentlich, ja, gegen den politischen Prozess. Und ich glaube, Joe Biden verkörpert so all das, was das politische Establishment eben ausmacht. Ja, das ist wie ein Grashalm im Wind, da beugt er sich halt so, wie die populäre Meinung das gerade, ja, für Mode behält. Ja, also wenn die Heirat zwischen Schwulen, wenn das nicht gut ankommt, dann ist er dagegen. Ja, und wenn dann auf einmal hier LGBT-Communities aus dem Boden sprießen, dann ist er natürlich dafür. Ja, und Irakkrieg, ja, am Anfang natürlich ganz stark dafür, jetzt ist Irakkrieg nicht mehr so populär und jetzt ist er natürlich dann auch dagegen. Also der Mann hat keine Prinzipien, der, für mich kommt das so rüber, ja, der macht halt das, was die reichen Leute dieser Welt wollen, die drücken ihm dann ihr Geld in den Arsch und dafür widmet er ihnen dann die eine oder andere Zeile im Gesetzestext. Also, das ist das politische Establishment personifiziert. Und vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, Joe Biden hat auch eine Geschichte, die, sagen wir mal, ja, der, er riecht gerne an jungen Menschen, ja, an Babys riecht er gerne und an Kindern riecht er auch ganz gerne. Ist ein bisschen sketchy, ja, also, erwachsene Männer, ja, der ist 77, die an Kindern riechen, das ist, ja, da wird es mir so ein bisschen mulmig, ja, vor allem mit diesem ganzen Hintergrund. Ich meine, da muss man jetzt nicht unbedingt dran glauben, mit dem Pizzagate und dass da satanische Zirkel in der Machtelite also sind, die da, was weiß ich, kleine Kinder vergewaltigen und so. Selbst wenn man das nicht glaubt, ist das immer noch, ja, irgendwie komisch, dass er Babys schnüffelt. Und, ähm, gut, das ist also Joe Biden. Ähm, ich werde jetzt auch hier, das ist ja das Tolle, wenn ich jetzt hier mich aufnehme, ich kann, Entschuldigung, ich kann ja hier jetzt YouTube-Videos noch rausziehen und einspielen. Ich mache das mal gerade eben. Also, muss ich hier einen Browser öffnen. Also, es wird eine sehr optische Folge, wie man wahrscheinlich jetzt gerade merkt. Ähm, weil ich halt immer wieder Videos zeigen werde und, ja, gut, also Joe Biden, das ist, das hatte ich mir halt von der Debatte erhofft, ja, dass er, ähm, dass er wirklich so peinliche Momente hat, die, ja, sagen wir mal, ihn bloßstellen und das war jetzt hier in der Debatte irgendwie nicht so. Also, er hatte jetzt nicht so einen Moment, wo ich, wo mir die Kinnlade auf den Boden gefallen ist und ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wie kann er nur, sondern das war halt, er hat sich für seine Verhältnisse relativ gut geschlagen, ja. Also, das muss man ihm lassen. Jetzt kann ich hier das, äh, so überlegen. Und, gut, was, ich habe jetzt, ich habe jetzt hier bei YouTube eingegeben, Joe Biden Sniffing, ja, und da kommen dann einige Videos hier, Joe Biden, ich lese einfach mal ein paar Titel vor, Joe Bidens Touchiness Out of Touch, ähm, Creepy Joe Biden Hair Sniffing Compilation. Das, das hört sich doch gut an, da klicke ich mal drauf. Kommt jetzt hier der Ton auch? Oh ja, oh ja, okay. Ich hole mal ein bisschen vor, also hier. Wir sehen also, wie Joe Biden, noch mal ein bisschen leiser, wie Joe Biden hier an Kindern riecht, ja, das sind unterschiedliche Clips. Und dieser, dieser Mann kann es sich einfach nicht nehmen lassen, hier an die kleinen Kinder ranzugehen. Das ist schon, alter Schwede. Wir gehen mal ein bisschen nach vorne, hier, wieder, also, und das ist eine Compilation, ja, also, das ist sieben Minuten Joe Biden Sniffing Content und wie er, wie er Frauen betatscht und so, an, an Plätzen, die man, wo man sie eigentlich nicht anfassen sollte. Und ja, gut, also, das könnt ihr euch dann in eurer Freizeit selber anschauen, die, die Joe Biden Momente. Ähm, jetzt muss ich das hier nur, ah, ich kann das einfach so ausblenden. Sehr gut. Gut, also, Joe Biden ist cringe für mich und wir werden jetzt hier also mit der Debatte anfangen. Natürlich, ich bin auch kein Bernie Sanders Fan. Bernie Sanders ist ein Sozialist und ich bin für freie Marktwirtschaft und nicht für die Intervention, die staatliche Intervention in die Marktwirtschaft. Aber von den beiden Kandidaten kann ich Bernie Sanders zumindest eine positive Sache abgewinnen. Und zwar, auch wenn er falsch, in die falsche Richtung geht, hat er zumindest, so scheint es mir, einige Prinzipien. Ja, ich möchte nicht sagen, dass er ein Hardcore-Prinzipien-basierter Mensch ist, weil das ist er nicht und wir werden das auch gleich noch sehen und ich werde da ein paar Punkte machen, woran man das sieht. Aber, ja, er hat halt zumindest so seine Sicht der Welt und die hat er konsequent über Jahrzehnte durchgetragen. Und er hat halt auch keine Angst, mal eine unpopuläre Stimme abzugeben. Ja, wenn es dann um ein kontroverses Thema geht, dann ist Bernie Sanders vielleicht einer der wenigen, die dagegen oder dafür stimmen, obwohl die Mehrheit anders stimmt. Und genau das ist eben bei Joe Biden nicht so. Ja, also Joe Biden, wir merken uns, die Assoziation, die wir im Kopf haben, ist wie der Grashalm im Wind. Ja, der geht mal nach links, mal nach rechts, aber der hat keine Rückgrat. Ja, das ist kein Prinzipien-basierter Mensch. Okay, damit genug der Vorworte, würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein mit dem Anfang von der Debatte. Okay, CNN, hier, lächeln sie beide. Ich überspringe mal den Anfang. Also, wir fangen jetzt hier direkt mit der Debatte an und wir werden immer wieder in diesem Video jetzt hier darauf aufpassen, wie das Framing ist. Ja, das Framing ist ganz, ganz wichtig. Wie werden bestimmte Fragen gestellt? Was für Worte werden gewählt? In was für ein Licht werden die Kandidaten gerückt? Weil CNN, ja, nennt mich biased, aber die sind für mich sehr politisch. Und wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, der Favorit von CNN, also von dem Sender, ist Joe Biden. Ja, die wollen Bernie Sanders nicht haben. Ähnlich wie alle anderen etablierten, weil Bernie Sanders eben, ja, er hat dieses teilweise Rückgrat. Er könnte sich in manchen Situationen eben gegen das Establishment entscheiden und das wird natürlich nicht gewollt. Deswegen möchte ich das, das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt da eine andere Meinung zu haben, aber ich denke, Bernie Sanders ist für CNN und auch andere Nachrichtensender ein Dorn im Auge. Und deswegen wird da jetzt wahrscheinlich auch gleich so ein bisschen, ja, Feuer gegen ihn gemacht. Aber wir steigen ein mit der Einleitung jetzt. In the world and 65 dead and more than 3,300 known cases here in the United States. As a result, tonight's debate will focus heavily on the crisis. The setting of this debate is also different. To reduce unnecessary risk of transmission of the virus, CNN, Univision, the Democratic National Committee and the campaigns moved this debate from Phoenix, Arizona to here at CNN Studios in Washington without any audience. Also wir merken, ja, diese Frau hat einen Akzent. Wenn ich jetzt raten müsste, kommt sie aus einem spanischsprachigen Land. Und ich will jetzt hier CNN gar nicht vorwerfen, ja, dass sie hier für Diversität im Moderatorenpanel sind. Das ist ja auch nicht schlimm, ja. Hier sitzen jetzt zwei Frauen und ein Mann. Und wir achten aber mal darauf, später noch, welche Fragen von der Frau gestellt werden, also von dieser ausländischen Frau gestellt werden. Weil, ja, Spoiler Alert, wenn es um Immigration geht, dann kommen die Fragen von ihr. Und, ja, da kann man jetzt sagen, ja, das ist zufällig so. Oder man kann da sagen, ist da schon so ein bisschen Manipulation drin. Ja, weil wenn jemand aus einem, ein Immigrant sozusagen oder jemand mit einem Migrationshintergrund, das ist politisch korrekt, wenn der eine Frage zur Migration stellt, dann fällt es vielleicht schwerer, da drauf mit einer, ja, harten Antwort zu kommen. So nach dem Motto, alle illegalen Immigranten deportieren, als wenn das ja so der typische White-Mail-Privilege-Mensch macht. Also, ne, das verhalten wir einfach nur mal so im Hinterkopf. Das gehört auch zum Framing dazu. All of this comes, of course, as four more states, Florida, Arizona, Ohio and Illinois, prepare to vote on Tuesday with Vice President Biden currently leading Senator Sanders in the race for delegates. Here is what we're going to do tonight. Each of you will have 90 seconds to answer issue right now. Also, das überspringen wir ein bisschen. A week ago, schools have been cancelled for more than 25 million students. Grocery-Store-Shelves have been cleared out. March Madness, NBA Games, Disney Parks, Broadway, Small Businesses all shut down. And just today, the CDC issued a new recommendation that for the next eight weeks, events that consist of 50 people or more throughout the US be cancelled or postponed. What do you say to the American people who are confronting this new reality? Also, ne, das, die wichtige Frage immer direkt am Anfang. Das ist, wenn ich mich da so an die anderen Debatten zurückerinnere, das ist immer so. Immer gibt es irgendwie ein brennendes Thema, ja, was am Anfang erstmal angesprochen werden muss. Und dann müssen die Kandidaten sagen, was sie machen würden, wenn sie Präsident wären. Und genau das Gleiche wird jetzt hier mit Corona also auch gemacht. Wir haben gehört, und ich denke, ihr habt das auch zu Hause mitbekommen, ne, alle Länder im Ausnahmezustand, Veranstaltungen gecancelt. Und jetzt so die Frage halt, ja, wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr Präsident seid? Und Joe Biden wird als erster sprechen. First of all, my heart goes out to those who have already lost someone or those who are suffering from the virus. And this is bigger than any one of us. This is calls for a national rallying to everybody move together. And, you know, I laid out in detail what I would do if were I president today. You can go to joebiden.com and I, dot com, I laid it out in significant detail. But there are three pieces of this. First of all. Ich muss kurz pausieren, ja. Für die Leute, die meine anderen Podcasts zu den Debatten gehört haben, ihr wisst das schon. Joe Biden hat es ein bisschen schwierig mit der Sprache. Und hier werde ich meinen liebsten Clip von Joe Biden kurz einbringen, weil das muss man einfach machen. Also Joe Biden hier, für die Leute, die diesen Clip jetzt nicht kennen, in einer der Debatten hat Joe Biden tatsächlich ein stotterndes Kind nachgeäfft. Und das hier ist kein manipulierter Clip. Ja, ich habe hier kein Stottern eingefügt, sondern das, wie ihr es jetzt hört, ist Joe Biden, wie er leibt und lebt. Schämischer Kommentar dazwischen noch. Ja, die Leute kommen zu dir und umarmen dich oder kommst du zu den Leuten und umarmst sie? Can you help me? Tell me I'm going to be okay. Can you help me? I just lost. And they go and lay out their problems. Jetzt kommt's. My wife and I have a call list of somewhere between 20 and 100 people that we call at least every week or every month. Also, sehr vage Aussage. Wir haben eine Call-List, also eine Liste mit Kontakten, die wir jede Woche oder jeden Monat anrufen. Und diese Liste ist 20 bis 100 Leute groß. Kleiner Unterschied. Also, man muss sich das mal vorstellen. Der Unterschied zwischen ich rufe 100 Leute die Woche an und ich rufe 20 Leute im Monat an. Und ich würde bezweifeln, dass er selbst diese 20 Leute im Monat anruft. Er gibt ihnen seine private Telefonnummer. Okay. Und jetzt kommt die Stelle, die ich eigentlich gemeint habe. Cringe. Einfach ultraharter Cringe. Ja, wir hören das nochmal kurz an. Ah, warte. I, 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 I can't talk. What do I do? I have scores of these young women and men. Also, I, 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 I can't talk. Das ist Joe Biden, ja, on live television. Deswegen, so einen Moment hatte ich mir eigentlich auch von dieser Debatte erwartet. Oder erhofft zumindest. Aber er kam nicht wirklich. Okay, jetzt muss ich das andere wieder aufmachen. Ach, scheiße. Okay, also, ne, ich muss jetzt hier das Fenster nochmal neu aufmachen. Ich hoffe, das passt soweit. Wir schauen mal, wo wir gerade landen. Okay, also, ne, okay. Das ist so der Hintergrund gewesen. Joe Biden hat es ein bisschen schwer mit der Sprache. Und ich möchte ihn ja jetzt hier nicht deswegen dissen, ja. Alte Leute haben öfter mal, ähm, ja, sind senil und können nicht mehr so sprechen. Das ist ja okay. Die Frage ist halt, ob so eine Person zum mächtigsten Mann der Welt gewählt werden sollte. Also, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Kann man sich jetzt selber überlegen. Und dieses Thema, was er jetzt gerade anspricht, ja. Er hat jetzt also eine Webseite, joebiden.com. Geht da bitte nicht drauf. Nein, geht drauf, macht, was ihr wollt. Und da ist das also, hat er jetzt, er sagt das tatsächlich selber, ne. Er sagt, da habe ich das aufgeschrieben, was meine 13 Punkte sind, um den Coronavirus zu bekämpfen. Newsflash, ich weiß es nicht, aber ich vermute sehr stark, dass er das nicht selber geschrieben hat. Ja, der hat da sein Team von jungen, energetischen Leuten und die haben das geschrieben. Joe Biden, glaube ich, weiß nicht, wie man eine Webseite bedient. Aber das ist nur Spekulation. Und immer wieder in dieser Debatte wird er also zurück zu dieser Webseite verweisen und sagen, Leute, so nach dem Motto, ja, ich umschreibe das jetzt hier. Leute, ich weiß, dass ich nicht reden kann. Wenn ihr es euch durchlesen wollt, da ist die Webseite. Also, wenn ihr das kohärent rübergetragen kriegen wollt, dann guckt auf die Webseite. Hört nicht mehr zu, so nach dem Motto. Okay. Und, uh, this is bigger than any one of us. This is calls for a national rallying to everybody move together. And, uh, you know, I laid out in detail what I would do if were I president today. You can go to joebiden.com, and I, .com, I laid it out in significant detail. But there are three pieces of this. First of all, I have to take care of those who, in fact, are exposed or likely to be exposed to the virus. And that means we have to do testing, we have to get the testing kits up and ready. I would have the world health organization. Also, das ist, finde ich, jetzt nicht so interessant. Das ist so, ich meine, das hört man ja die ganze Zeit. Er sagt jetzt einfach nur das, was ihm vorher halt gesagt wurde, was man machen soll. Okay, also, wir überspringen die Antwort von Joe Biden. Und wir kommen auf die Antwort von Bernie Sanders. Was ich auch ganz interessant finde, wir passen mal auf, was für eine Rhetorik hier benutzt wird. Good morning, Dr. Anthony Fauci acknowledged that it's possible, that hundreds of thousands, if not millions of Americans, could die from the coronavirus, in a worst-case scenario. If you were president right now, what's the most important thing you would do tonight to try to save American lives? Well, the first thing we have got to do, whether or not I'm president, is to shut this president up right now. Ganz wichtiger Punkt. Das ist Rhetorik, die Bernie Sanders schon immer verwendet hat und auch weiterverwenden wird, dass Donald Trump, der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, ein Krimineller ist. Ja, er hat das wirklich so wortwörtlich gesagt, das ist ein Krimineller. Und was macht man mit Krimineller und Leuten? Man sollte sie einsperren. Gut, das Impeachment hat jetzt nicht geklappt und deswegen sitzt Donald Trump immer noch im Weißen Haus und jetzt ist halt so, trotzdem diese Rhetorik immer da. Ja, wir müssen diesen Kriminellen praktisch das Handwerk legen und ihn zur Strecke bringen. Das ist die Rhetorik von Bernie Sanders. Okay, also das finde ich jetzt nicht so interessant, ich wollte das nur kurz hervorheben mit der Rhetorik. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Also, ne, die Frage von Jack Tapper oder Tapper ist jetzt hier also, Donald Trump hat gesagt, so nach dem Motto, ja, mir sind ja die Hände gebunden, hier sind so viele Regularien, ich kann ja nicht wirklich was machen und er gibt jetzt hier also den Softball, ja, auch wie diese Frage gestellt ist, ja, das ist so, hat Donald Trump was falsch gemacht? Diese Frage kommt von CNN. Hm, was wird da wohl die Antwort sein? Die andere thing I wanna point out, I agree with Bernie. We're in a situation where we have to now be providing for the hospitals that are going to be needed, needed now. The present system cannot handle the surge that is likely to come, so we should already be sitting down and planning where we're going to put these temporary hospitals. And we can do that. We did that, we've been through this before with the coronavirus. Wir haben das vorher schon gemacht, mit den Virusen, die die N1H1 finden, und was in Afrika passiert ist. Wir haben diese Hospitale gegeben, mit diesen großen Pandemien, und wir haben es schnell gemacht. Und die Leute haben einen Platz, zu gehen. Aber wir müssen auch die Geräte geben, um die ersten Antworten zu schützen. Okay, also, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber er tut sich sehr schwer beim Reden. Und er hat jetzt nicht einen fatalen Aussetzer gehabt, aber das ist halt trotzdem ... Ne, ich weiß nicht, ob ich da alle so abgestumpft wird, weil ich finde, das ist noch eine der besseren Performances von Joe Biden. Aber er ... Ja, also jetzt gerade, wenn ich das anschaue, merke ich halt schon, dass er ins Stocken kommt teilweise, dass er Sachen falsch sagt. Und ich meine, das kann jedem mal passieren. Aber wieder die Frage, wollen wir ... Ich meine, wir entscheiden da sowieso nichts dran. Aber die ... Das ist der Frontrunner, der jetzt also der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden soll. Und wir ... Die Gedanken sind frei. Wir überlegen uns einfach mal selber, was das zu bedeuten hat. Und das ist nicht möglich. dass er aus ... On that note, and you both of you have addressed this, but obviously another major health concern right now for officials is the potential surge in patients all at once. Overburdening hospitals, the health care system, you've mentioned ICU beds, both of you, and ventilators. We're already in the middle of flu season, so already a lot of those beds and ventilators are already being used. If you were president right now, what would you do to make sure every sick American is able to get treatment so the US does not suffer the same fate as Italy, where doctors have to decide right now who gets life-saving treatment and who does not. Okay, also, ich weiß nicht, ob ich das nach vorne spulen soll, weil ich das irgendwie so ein bisschen langweilig finde und da das Video wahrscheinlich eh relativ lang werden wird, glaube ich, überspringen wir das einfach mal und ich hüpfe zu was Interessanteren. Okay, also, ich bin jetzt ein paar Minuten nach vorne gesprungen, so viel haben wir nicht verpasst, es geht immer noch um Corona. Was ich jetzt hervorheben will, ist wieder die Rhetorik von Joe Biden diesmal. Und es wird jetzt hier um den Krieg gehen, ja, um welchen Krieg, das werde ich gleich erfahren. Ich möchte nur so, ja, let's take it away und dann kommentiere ich dazu. Okay, also, bevor wir jetzt zu dem Krieg mit dem Virus kommen, nur ganz kurz, dass ihr den Punkt einfach versteht. Joe Biden sagt jetzt also, in diesem Ausnahmezustand sollten all diese Gesundheitsgüter, so was wie, ja, Desinfektionsmittel, Seifen, Gesichtsmasken und so weiter, das sollte kostenlos sein. Und jetzt kommen wir zu dem Krieg mit dem Virus. We're at war with the virus. It has nothing to do with co-pays or anything. We just passed a law saying that you do not have to pay for any of this, period. That's not true. As a matter of fact, that's not true. That law has enormous loopholes. I understand that Nancy Pelosi did her best, Republicans prevented it. No, I'm sorry. What you're talking about, Joe, here is enormous loopholes within that, that in fact it is not necessarily covering treatment for all people in America and that people are going to be stuck with a bill unless we change that. And we're going to offer legislation to in fact change that. If I may. Okay, also, Bernie Sanders funkt dazwischen und sagt so, ähm, gut, also das ist dieses ganze Versicherungsgedöns, ich finde das jetzt nicht so interessant, deswegen werde ich darauf nicht weiter eingehen. Was ich interessant finde, ist die Rhetorik des Krieges. Ja, okay, nochmal, Joe, bitte. Okay, I offered legislation, I laid out on my plan that it would cover exactly what is not covered by the house. I laid out on the plan that I laid out for why we would deal with this crisis. Nobody, nobody will pay for anything having to do with the crisis. This is a national emergency. There isn't a question of whether or not this is something that could be covered by insurance or anything else. We out of the treasury are going to pay for this. It's a national emergency. Das Geld kommt vom Staat, ja, also, liebe Bürger, legt euch wieder hin, ihr müsst dafür kein Cent bezahlen, der Staat bezahlt dafür. Äh, die Frage ist jetzt halt, woher bekommt der Staat nochmal sein Geld? Achso, achso, von Steuern und Steuern sind Raub, habe ich gehört. Von Inflation und Inflation ist eine versteckte Steuer, also letztendlich auch Raub. Und von, äh, den Schulden, die für Generationen in die Zukunft aufgenommen werden, was letztendlich auch Raub ist, weil es den Wohlstand der Generationen in die Zukunft wegnehmen wird. Das heißt, der Staat letztendlich, und ich meine für meine treuen Fans, ihr wisst das schon, ja, in der Ethik der Freiheit haben wir das zur Genüge besprochen und in das Scheingeldsystem auch. Übrigens, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet, macht das, ja, das ist ein sehr wichtiges Grundwissen für alle Anarchokapitalisten. Und, also, der Staat hat kein Geld. Und jetzt zu sagen, das wäre kostenlos, verzerrt so ein bisschen die Realität, weil es ist nicht kostenlos. Irgendjemand muss die Rechnung dafür tragen. Und da der Staat selber kein produktives Mitglied der Gesellschaft ist, sondern einfach nur parasitär von seinen Bürgern den Wohlstand umleitet und abzieht, bedeutet das, dass die Leute am Ende doch die Rechnung zahlen müssen. Ja, verdammt. Aber, nice try, Joe. Das ist halt so, ne, das ist so eine Rhetorik. Und das ist auch so ein Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist in der Debatte. Die sagen einfach unterschiedliche Sachen. Ja, Bernie Sanders sagt das eine und Joe Biden sagt, dass es stimmt einfach nicht. Und, ja, das ist irgendwie so, nur weil man sagt, dass es nicht stimmt oder nur weil man sagt, dass es so ist, heißt das ja noch nicht so, dass es auch tatsächlich so ist. Ja, da muss ja auch irgendwie ein bisschen ein Beweis kommen. Und jetzt für die Leute, die sagen, ja, Alex, du hast doch auch keinen Beweis dafür gegeben, dass Steuern Raub sind. Zahl dir mal deine Steuern nicht und schau, was mit dir passiert. Ja, und soviel zum Thema Steuern sind freiwillig. Okay. Und natürlich hört die Ethik der Freiheit an, da gehen wir wirklich en Detail darauf ein. Aber bitte, Joe, komm doch jetzt mal endlich zu der Rhetorik mit dem Krieg. Das fand ich so interessant. Das ist, was mein Plan für das ist. Aber die Schwierigkeit von diesem ist, lass uns nur ein Hypothetik machen, dass Familienmitglieder mit dem Virus die Diagnose mit dem Virus. Okay, Leute, ich spring mal kurz nach vorne. Also, ne, wir sind jetzt hier immer noch nicht bei dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Der kommt noch. Stay tuned. Wir sind jetzt, ne, jetzt ist die Frage einfach so, würdet ihr das Militär benutzen, um gegen den Coronavirus zu kämpfen? Und Bernie Sanders hat gesagt, ja, würde ich schon machen. Ja, also, zumindest, ja, du kannst ja nicht mit Maschinengebären auf den Virus schießen, das geht halt nicht. Aber vielleicht, dass die irgendwie Hilfeaktionen machen oder so. Also, Bernie Sanders hat gesagt, er würde das eventuell einsetzen. Wir hören mal kurz, was Joe Biden dazu sagt. Ja, würde er machen. Okay, also stehen die Soldaten, was weiß ich, 18 bis 25 dann im Krankenhaus und die sind ja keine Doktoren, ja. Also, die haben gelernt, wie man Leute umbringt, aber nicht, wie man Leute heilt. Deswegen frage ich mich so, bringt das wirklich so viel, das Militär da in die Krankenhäuser reinzuschicken? Aber das steht wahrscheinlich auf dem anderen Blatt. I would make sure that they did exactly what they're prepared to do. They've done it. They did it in the Ebola crisis. They've done it. They have the capacity to bill 500 bed hospitals and are intense that are completely safe and secure and provide the help to get it done to anybody this overflow. Okay, also, ne, muss ich sagen, das habe ich falsch verstanden. Joe Biden meint jetzt hier, die Soldaten würden dann wahrscheinlich Zeltstädte aufbauen. Und halt so, wenn viele Leute im Krankenhaus sein müssen oder in Quarantäne sein müssen, dann würde das Militär da vielleicht die Infrastruktur bereitstellen. Okay, gut, das kann das Militär auf jeden Fall gut. Das machen sie ja in Afghanistan und im Irak auch schon seit Jahrzehnten. Also, Punkt für beiden. So, it is a national emergency. I would call out the military. The Ebola crisis is one thing. This is obviously a pandemic, which is far more severe and impactful to this country. And I think one of the... Wie Joe Biden gerade geguckt hat. Also, ne, für die Leute, die jetzt das Video nicht sehen, das ist halt so Content, den ihr jetzt verpasst. Aber ich gehe nochmal kurz zurück. ...would call out the military. The Ebola crisis is one thing. This is obviously a pandemic, which is far more severe and impactful to this country. So, äh, was war das denn da? Und ich denke, one of the things that we want to remember here is that we got a lot of elderly people in this country who are told, stay home, don't leave your house. Who's gonna get food to them? How do we get food to them? You got schools all over this country now being shut down. Okay? Okay, wir springen mal wieder ein bisschen nach vorne zu was Interessanteren. Okay, wir kommen wieder zu einem, äh, juicy Bitch. Und zwar geht es jetzt immer noch um Corona. Ja, es wird halt viel um Corona gehen. Deswegen, äh, verzeihung, falls euch das auf die Nerven geht. Also, ne, Joe Biden sagt jetzt hier, was man machen muss, um diesen Ausnahmezustand zu bewältigen. Und ich bin jetzt kein Gesundheitsexperte, aber ich möchte einfach auf die Rhetorik, ne, was für Worte er wählt, in was für einem Mindset er sich befindet. Und ich denke, vieles geht halt so hin zu so einem Militärmindset, ja. Wir holen dann das Militär, bring the big guns, so nach dem Motto. Und, okay, wir hören mal rein. We have learned that lesson. And again, I lay out in detail. What we should be doing now is we should be surging help to those places which are the most vulnerable. We should have every single person that's in a nursing home being able to be tested. We should be moving forces in to do that. We should be moving forces in to test people in nursing homes. Kann ich mir das so vorstellen, dass so Squad-raid-mäßig dann auf einmal das Militär in die Altenheime reingeht und die Leute da testet? Also, keine Ahnung, vielleicht ist das ja eine ganz gute Maßnahme. Ich finde nur das Bild irgendwie lustig. Und, ja, ne, hast ein Problem, ruf das Militär. Das ist so die Mentalität von Joe Biden, habe ich das Gefühl. We should be sitting down, the president should be sitting down in the Situation Room right now and do what we did before and asking the question, okay, you're going to close everything. Well, if you close everything, how do you get prescriptions that have to be filled? How do you make sure when you close that school, those children are going to be able to get the school food program? How do you make sure that you're going to be able to see to it that you get your mortgage paid? Okay, also, ne, die Punkte, die er hier aufführt, sind ja durchaus legitim. Ja, wenn jetzt alles auf Shutdown ist, wie kriegen dann die Diabetiker ihr Insulin? Weil wenn sie das nicht bekommen, dann sterben die. Das ist ein legitimer und wichtiger Punkt. Im nächsten Satz, ja, wie jeder gute Politiker, sagt Joe Biden dann, das wird Geld kosten. Ja, also, vorher noch, vorher noch so gesagt, Leute, ihr müsst dafür nichts bezahlen, ja, ihr kriegt alles umsonst, so nach dem Motto. Und jetzt natürlich, ne, muss ja irgendwo bezahlt werden. Und, gut, das wird also mehrere Milliarden kosten. Und, ähm, aber gut, das ist ein Ausnahmezustand, da kann man das locker machen. Wir halten aber trotzdem im Hinterkopf, das Geld hat der Staat sich nicht verdient, sondern das hat er aus unseren Taschen genommen. Und alles, was der Staat ausgeben wird, ja, das können wir dann letztendlich nicht ausgeben, weil es kommt ja aus unserer Tasche. Übrigens, ein ganz interessanter Punkt, ähm, ich spiele das Video jetzt nicht, aber könnt ihr selber nachschauen. Milton Friedman, der Ökonom, den ich früher sehr toll fand, hat einen sehr wichtigen Satz gesagt, oder ein wichtiges Konzept mir vorgestellt. Und zwar, es gibt vier Arten, wie Geld ausgegeben werden kann. Die erste Art ist, ich gebe mein Geld für mich aus, ja. Und in diesem Fall achte ich darauf, dass der Preis besonders niedrig ist und die Qualität besonders gut, ja, wenn ich mein Geld für mich ausgebe. Der zweite Fall ist, dass ich mein Geld für andere Leute ausgebe. In diesem Fall ist mir die Qualität nicht mehr so wichtig, aber der Preis schon, ja, also, das ist so die Diktomie hier. Jetzt können andere Leute, oder ich kann das Geld von anderen Leuten für mich ausgeben. Dann ist mir die Qualität sehr wichtig, der Preis ist mir eigentlich egal. Und die vierte Kategorie, und das ist die Kategorie, in der alle staatlichen Ausgaben drin liegen, ist, wenn ich das Geld von anderen Leuten für andere Leute ausgebe. Und in diesem Fall ist der Preis scheißegal und die Qualität ist auch scheißegal. Scheißegal, das heißt, also, ja, allein von diesem ökonomischen Prinzip her, wäre es vielleicht besser, wenn die Leute selber nach ihrer Gesundheit schauen, ja, und nicht der Staat das Geld von anderen Leuten für andere Leute ausgibt. Denkt mal drüber nach. Also, Joe Biden läuft hier zur Höchstform auf, wird sehr überzeugend, ja, das ist wohl einer seiner besseren Momente. Und, äh, gut. Also, er hat auch gute Momente in der Debatte. Moment, a lot more about the economic impact, but first, Senator Sanders, I want to ask about China, when this outbreak first started in China. Also, wir bewegen uns jetzt auf die, ja, geopolitische Ebene. Und die Frage ist ja, ja, Corona kommt aus Wuhan in China. Und die USA, wie wir alle wissen, sind natürlich unser Freund und Helfer, also die Polizei der Welt. Und jetzt ist natürlich die Frage, sollte da China irgendwelche Konsequenzen davon tragen, dass die hier so böse waren und diesen Virus auf die Welt losgelassen haben. Und, na, ich möchte einfach nur diese Mentalität hervorheben. Dass die Leute halt sagen, ja, wir, die USA, wir sind die Polizei der Welt, wir müssen Demokratie überall schaffen. Im Nahen Osten und sonst woher in Südamerika, wir können da auch gern mal ein Regime stürzen oder zwei. Wird auch öfter mal gemacht. Und natürlich jetzt hier, ja, China hat sich mittlerweile auch zur Weltmacht entpuppt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie man damit umgehen muss, wenn hier so fahrlässig mit einer Krankheit umgegangen wird. The government there censored the whistleblower doctor, who sounded the alarm and downplayed the true gravity of the virus. What consequences should China face for its role in this global crisis? What consequences should China face? Also, welche Konsequenzen sollten China davon tragen, dass sie jetzt zum Beispiel eben den Doktor zum Schweigen gebracht haben, der das mit dem Corona ans Licht der Welt gebracht hat? Okay, einfach nur, diese Frage impliziert schon, dass man selber in der Position ist, Konsequenzen auszuteilen. Und ich persönlich finde das einfach sehr arrogant, ja, also bis jetzt auf nicht aggressive Konsequenzen, ja. Also nicht aggressive Konsequenzen, so wie, ja, wenn ich jetzt sage, ja, China, ich fände das aber schlecht, ich kaufe jetzt keine Produkte made in China mehr. Das finde ich vollkommen okay, ja, das ist der Boykott, das hatten wir auch im Kapitel von die Ethik der Freiheit, das ist ein sehr legitimer Mechanismus des nicht aggressiven Widerstandes. Aber da militärisch jetzt vorzugehen, das würde für mich einen Schritt zu weit gehen. Well, one of the consequences is we have got to learn that you cannot lie to the American people, you cannot be less than frank about the nature of the crisis. Oh, Bernie, 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 ja, also, okay, aber ich meine, also, ich lache jetzt, weil wir reden zwar jetzt hier um die Corona-Krise, aber da gibt es ja noch eine andere Krise, die gerade so ins Bröckeln kommt, und zwar die Finanzkrise. Und die Frage ist jetzt, ob er dieselbe Ehrlichkeit auch bei dieser Krise anwenden würde. Und, ja, man kann jetzt argumentieren, Bernie Sanders ist so in seinem Weltbild drinnen, dass er tatsächlich meint, die bösen Banker sind dafür verantwortlich und nicht die staatliche Intervention, wie ich das argumentieren werde. Aber, ja, also, ne, bitte ehrlich sein in allen Punkten dann, ja, nicht nur bei der Corona-Krise, sondern auch bei der Finanzkrise. Aber da kommen wir gleich drauf. And what bothers me very much is you have a President of the United States today, Mr. Trump, who is praising China for the good work that they are doing, when in fact, as you indicated, they were lying to their own people and allowing that virus to move much more aggressively than should have been the case. Also, die eigene Bevölkerung anliegen ist ein No-No, ja, liebe NSA, liebe CIA, liebes FBI. Wenn ihr hier die eigenen Leute ausspioniert und da noch drüber lügt, das sollte eigentlich, nach den Maßstäben von Bernie Sanders, das sollte nicht gehen. Aber, nö, natürlich, wir haben hier so den amerikanischen Doppelstandard. Wenn die USA was machen, das ist vollkommen okay, ja, das ist gang und gäbe, dass hier gelogen wird und wenn das die eigene Bevölkerung ist, die ausspioniert wird, das ist, das sind auch Peanuts, ja. Also, nö, wenn man das selber macht, vollkommen okay, ähnlich wie bei den ganzen Regimewechseln, wenn man selber eine Regierung stürzt, juckt doch keinen. Aber wenn dann jemand anderes in die eigene Regierung eingreifen will, dann reagiert man auf einmal ganz allergisch. Look, I don't think this is the time for reclamation, to be punishing people. Now is the time, by the way, to be working with China. They are learning a lot about this crisis. And in fact, they, you know, we have got to work with them, we got to work with the World Health Organization, we got to work with Italy, we got to work with countries around the world. If there was ever a moment, when the entire world is in this together, got to support each other, this is that moment. Ich finde, Bernie Sanders hat, stellt die richtigen Fragen und er hat teilweise auch die richtigen Ansätze. Ich würde kritisieren, dass er die falschen Prinzipien hat und immer mehr staatliche Intervention fordert, anstatt zu erkennen, dass der Staat tatsächlich für diese ganzen Probleme verantwortlich ist und dann natürlich auch den Staat zurückzufahren. Und der andere Punkt, der andere Kritikpunkt bei Bernie Sanders ist, er hat irgendwie nicht so diesen Umf gegen das Establishment und nochmal, ja, Joe Biden ist die Personifizierung des Establishments und er steht neben ihm. Also ich würde mir da ein bisschen mehr Schüsse gegen Joe Biden erhoffen, aber das kommt leider nicht. Okay, aber nichtsdestotrotz, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und unabhängig davon, ob du in China, in Italien, im Iran, in, was weiß ich, Nordkorea, USA oder Deutschland geboren bist, wir sind alle Menschen. Und ja, ich halte nichts von Landesgrenzen, von Nationalstaatsgrenzen, weil ich glaube an Private Property, an Eigentumsrechte, an individuelle Eigentumsrechte, nicht an kollektives Eigentum. Und ich denke, deswegen sollten wir einfach als Menschheitsfamilie zusammenkommen, ja, und gut, jetzt nicht so hierarchische Entscheidungen über die Köpfe der Menschen, über die Köpfe der Individuen hinwegtreffen. Meint er jetzt mit Experten, Gesundheitsexperten oder Intelligence-Experten? There would be consequences if we don't have that access. Also ich weiß nicht, sind die USA auch so gastfreundlich anderen neutralen bis feindlichen Nationen gegenüber, erlauben die auch bei denen im eigenen Land Experten, die sich dann über die Lage da informieren oder sind die da selber, ne, das ist wieder dieser amerikanische Doppelstandard. And we have to lead the world. We should be the ones doing what we did during the Ebola crisis, bringing the whole world together and saying, this is what we must do. We have to have a common plan. All nations are affected the same way by this virus, depending on exposure. And so this is, we need world leadership. We need international leadership. We need someone who knows how to bring the world together and insist on fundamental change in the way in which we're approaching. Wie er hier so seine Faust zusammen macht. We need to bring the world together. One ring to rule them all. One ring to find them. Joe Biden. Joe Biden, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass er sagt, we need to establish the new world order. Wir hören das nochmal an, kurz. We need world leadership. We need international leadership. We need someone who knows how to bring the world together and insist on fundamental change in the way in which we're approaching this. Sehr diplomatisch ausgedrückt, ja. We need to bring the world together and insist on the change. Ja, was genau versteckt sich jetzt hinter diesem sehr schön ausgedrückten Satz, ja. Wir müssen drauf bestehen, dass der Wandel passiert. Heißt das bestehen jetzt, dass wir Dissidenten an die Wand stellen und abknallen? Nein, das ist jetzt halt so die Frage. Das ist nicht ganz klar. Es ist mit Absicht vage gelassen. Also das ist das Framing und die Rhetorik hier. Das ist so geil. One ring to rule them all. Senator Sanders? Well, the bottom line here is that in the midst of this crisis, we have got to act in an unprecedented way. Okay, ich überspringe das wieder. Wir müssen hier durchkommen. Senator Sanders. Okay. Es wird wieder interessant. Jetzt geht es nämlich um die ökonomischen Auswirkungen von dieser vermeintlichen Corona-Krise. Und vielleicht für die Leute, die da jetzt nicht so tief drin sind, meine Ansicht der Dinge ist, der Coronavirus ist die Stecknadel, der das Loch in die riesige Blase unseres aktuellen Finanzsystems macht. Ja, also das Finanzsystem ist aufgeblasen durch das Fiat-Geldsystem der Zentralbanken. Und bitte, bitte hört euch das Scheingeldsystem von Mary Rothbard an oder lest es euch selber durch. Das Buch auf Englisch heißt What has government done to our money und ist kostenlos im Internet verfügbar. Einfach mal kurz googeln und dann wirklich durchlesen, weil das ist super wichtig. Das beschreibt die fundamentale Ursache von der Krise, die uns aktuell bevorsteht. Die Krise hat sich dadurch, oder die Blase hat sich dadurch ausgedehnt, dass die Zentralbanken immer mehr Geld in das System schaufeln. Ich muss das hier mit der anderen Hand machen. Die schaufeln immer mehr Geld in das System rein und blasen immer mehr Luft in diese Blase rein. Und selbst nach 2008, nach dem vermeintlich großen Crash, war die Antwort der Zentralbanken, noch mehr Geld in das System reinzuschaufeln. Und das ist alles, was sie machen können. Und das machen sie jetzt gerade auch. Die schaufeln jetzt sehr viel Geld in das System rein. Was zu einer Inflation führt. Eine Inflation bedeutet letztendlich, dass die einzelne Einheit, der Euro, der Dollar, also ein Euro oder ein Dollar, kann weniger kaufen. Wenn du früher für einen Euro zwei Eiskugeln bekommen hast, dann bekommst du heute für einen Euro nur noch eine Eiskugel. Und vielleicht in zwei, drei Jahren bekommst du für einen Euro nur noch eine halbe Eiskugel. Oder gar keine Eiskugel mehr. Ich habe noch nie eine halbe Eiskugel gehabt. Also, das ist die fundamentale Ursache von der Krise, die uns aktuell bevorsteht. Und der Coronavirus ist jetzt also nur diese Stecknadel, die in diese Seifenblase reingesteckt wird, die das Konsumverhalten der Menschen drastisch verändert und viel Konsum zum Erliegen bringt. Und deswegen die ganzen Unternehmen, die auf Pumpe leben aktuell, vor das Existenz ausstellen. Weil, wenn sie keinen Umsatz machen, dann können sie ihre Schulden nicht abbezahlen und dann gehen sie pleite. Das heißt, der Coronavirus, so sehe ich die Welt, ist nicht das Problem. Das Problem, das wirkliche Problem ist das Finanzsystem, das staatliche Geldmonopol, wie wir es seit über 100 Jahren haben. Also gut, der Goldstandard wurde erst 1971 abgesetzt, aber hört euch dafür das Scheingeldsystem einfach an. Da gehen wir wirklich en Detail darauf ein. Okay, also, aber jetzt kommen wir zu unseren beiden Favoriten hier, zu Bernie Sanders und zu Joe Biden und gucken mal, was die dazu zu sagen haben. Also, die Federal Reserve, die Zentralbank der Vereinigten Staaten, hat den Leitzins, also wie viel Geld eigentlich kostet, das ist so der Zins, auf nahezu null gesenkt. Also, tiefer kann man es nicht senken, ja, du kannst, du kannst rein theoretischen Negativzins machen, aber dann kommen wir so, dann flippt alles upside down und dann kommen wir in ganz, ganz, ganz komische Gewässer. Und, ja, also, dieser Leitzins, beziehungsweise der Zinssatz, wenn er dem Markt überlassen werden würde, ja, wenn wir eine freie Marktwirtschaft beim Zins sozusagen hätten, dann wäre er wahrscheinlich viel, viel, viel höher. So, 10%, ja, also, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich, wenn ich mir 1000 Euro von dir leihe, 0% darauf zahlen muss oder ob ich 10% darauf zahlen muss. Und natürlich, ich weiß, ja, bei Privatpersonen greift der Zins nicht so, das ist bei Geschäftsbanken. Aber, ne, die leihen sich halt auch mehr als 1000 Euro, so viel sollte klar sein. Okay, also, drastische Maßnahmen von der Zentralbank wurden ergriffen. Okay, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist mein Quatsch. Joe Biden sagt jetzt also hier, er würde ein Major, 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 ich glaube, er sagt das dreimal, also ein sehr, sehr, sehr großes Rettungspaket verabschieden. Aber nicht für die Banken, ja, nicht für die Konzerne, sondern für den kleinen Mann. Allerdings, ja, es tut mir ja leid, dass ich hier so nervig praktisch immer wieder diese Leiche unterm Teppich hervorheben muss. Aber das Geld, was der Staat angeblich umverteilt, hat er ja nicht selber erwirtschaftet. Ja, wenn die Zentralbank neues Geld druckt, dann ist das ja nicht so, dass wir auf einmal, ja, keine Ahnung, wir drucken 10 Billionen neue Dollar. Dann ist es ja nicht so, dass wir alle um 10 Billionen Dollar reicher geworden sind. Ja, man kann ja nicht Reichtum oder Wohlstand dadurch erschaffen, dass wir einfach mehr Geld drucken. Das, so funktioniert Wohlstand nicht, ja, für Wohlstand muss ich, was weiß ich, das Feld bestellen, den Weizen ernten, Mehl daraus machen. Ja, dann habe ich wirklich mit meiner Arbeit und mit meinem Verstand und mit meinem Zeiteinsatz tatsächlich etwas Produktives, etwas Wertvolles geschaffen. Aber nur die Druckmaschine, Catch-me-if-you-can-Style anzuschmeißen, macht hier halt keinen Reicher. Deswegen ist für mich die wirklich wichtige Frage, Joe, wie stellst du dir das vor in deinem Kopf? Ja, ist das tatsächlich so, dass du meinst, das Rettungspaket, was ja letztendlich eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, von den Bürgern finanziert ist, soll die Bürger retten? Also, das ist so, als ob ich Geld aus meiner rechten Tasche rausnehme, 5 Euro abgebe an den Staat, ja, Bearbeitungsgebühr ist klar und dann den Rest wieder in meiner linke Tasche mache. Dadurch bin ich nicht reicher geworden, ich bin sogar noch ärmer geworden. Also, Logic Error, 4 or 4, nicht gefunden. Also, das ist wirklich Basic Economics und dieser Mann, ja, verbringt sein ganzes Leben in der Politik und hat entweder von Ökonomie keine Ahnung, was schade wäre, um es mal milde zu sagen, oder wir könnten jetzt hier auch boshafte Beweggründe unterstellen, ja, dass es ihm eigentlich scheißegal ist. Dass er vielleicht sogar insgeheim weiß, dass diese Gelddruckerei nach dem Cantillon-Effekt, bitte googelt das oder sucht das auf Wikipedia, wenn ihr nicht wisst, was der Cantillon-Effekt ist, dass der eigentlich eine Gruppe, und zwar die Leute, die gut connected sind, ja, die nah an der Quelle des Geldes sozusagen, an des frisch gedruckten Geldes sitzen, dass die sich auf Kosten der Leute, die nicht so gut connected sind, bereichern. So, ja, so conspiratorial, so verschwörungstheoretisch werde ich hier natürlich nicht, ja, ihr seht, ich habe keinen Aluhut auf. Aber es ist einfach so, ökonomisch gesehen, ja, das ist eine ökonomische Realität, können die Leute sich nicht selber retten, ja, also, zumindest so ein Rettungspaket, was letztendlich von den Bürgern finanziert wird, für die Bürger, ergibt irgendwie gar keinen Sinn. The problem is, the policies of this administration, economically, have, we've eaten a lot of our seed corn here. The ability for us to use levers that were available before have been used up by this god-awful tax code of $1.9 trillion, by the fact that we have used, the Fed will be of little consequence now, they've already, they've already used what leverage they have, and so we're gonna have to just level with the American people. And here's the deal, we're gonna have to not only deal with the immediate crisis, economic crisis, which is the most critical now, to let people know their mortgages are gonna be paid, their rents are gonna be paid, they're gonna have childcare, they're gonna make sure that they're, all their medical bills are cared for relating to this, etc. We have to go beyond that, and we're gonna have to be in a situation where we're meeting on a daily basis, like we did in the middle of a financial crisis, decide how we are going to find the wherewithal and the money to be able to see to it, we hold all these folks harmless, but not do what Trump wants to do. For example, he came along and said, I got a great idea, let's, well, you're gonna tell me. Senator Sanders. Das ist so typisch Joe Biden, ja, noch nie, noch nie vorher hat ein Kandidat bei einer, äh, bei so einer Presidential Debate gesagt, oh, ja, ich hab keine Zeit mehr, ich hör einfach auf zu reden, aber Joe Biden weiß irgendwie, dass wenn er redet, dass da nicht so viel kohärentes Zeug rauskommt, deswegen ist er immer der Erste, der dann sagt, oh, I'm over my time, okay, ich, äh, ich bin jetzt still, so nach dem Motto. Okay, also, ähm, ich hab vergessen, was er gesagt hat, ne, also. Also, ne, er redet hier immer so von der unmittelbaren Krise, die muss zuerst gelöst werden. Und ich finde das halt ein sehr kurzfristiges Denken, ja, das stellt zum Beispiel, das ist immer so diese Symptombekämpfung, ja, uns geht's jetzt schlecht, manche Leute stehen vor dem Existenz aus und wir müssen uns um diese Leute kümmern, dass die nicht ihre Existenz verlieren. Und, ja, ich würde halt sagen, als Ökonom, ja, ich würde hier sagen, wir müssen die Ursache bekämpfen. Und die Ursache ist eben das staatliche Geldmonopol. Und die Symptome, ja, das passiert halt, das ist halt so, wenn man 100 Jahre lang auf Crack gelebt hat, dann hat man halt Entzugserscheinungen. Aber davon, dass wir jetzt immer nur kurzfristig von einer Krise zur nächsten hüpfen, und es ist ja wirklich so, ja, 2020 hat angefangen mit Iran und dann auf einmal Dritter Weltkrieg, Fragezeichen, Fragezeichen, erinnert sich da eigentlich noch jemand von euch dran? Jetzt Coronavirus, das heißt, wir springen von einer Krise zur nächsten Krise. Und es ist immer so, ja, wenn man dieses Mindset hat, wir müssen die Symptome bekämpfen, dann komme ich nie zu dem, was eigentlich wichtig ist. Wir müssen zuerst die Ursachen bekämpfen und die Symptome ergeben sich daraus, dass wir die Ursachen gelöst haben. Okay, also das war mein Two Cents zu Joe Biden. Okay, also Joe Biden hat öfter mal Versprecher, jetzt werden wir merken, dass Bernie Sanders auch nicht mehr der Jüngste ist, und er redet jetzt ja öfter von Ebola und meint aber eigentlich Corona. You got a great idea, let's, well, you're gonna tell me. Senator Sanders. The Ebola crisis, in my view, exposes the dysfunctionality of our healthcare system. And how... Also für meine treuen Podcast-Hörer, es tut mir wirklich leid. Ihr könnt den Gesichtsausdruck bei Joe Biden jetzt gerade nicht sehen, aber er guckt verwirrt, weil Bernie Sanders hier von der Ebola-Krise spricht. We are fully prepared we are, despite how much money that we spend. And the Ebola crisis is also, I think, exposing the cruelty and the unjustness of our economy today. We have more income and wealth inequality in America today than any time in a hundred years. And what that means, that in the midst of this crisis, you know, if you're a multimillionaire, no one's happy about this crisis, you're gonna get through it. You're gonna get everything you need. You're not worried about healthcare. You're not worried about income coming in. Half of our people are living paycheck to paycheck. We got people who are struggling, working two or three jobs to put food on the table. What is gonna happen to them? So the lesson to be learned is we have got to move aggressively right now to address the economic crisis as a result of Ebola, as a result, keep talking about Ebola, you've got Ebola in my head here right now, as a result of the virus here, the coronavirus. What we have got to do also is understand the fragility of the economy and how unjust and unfair it is that so few have so much and so many have so little. Bernie Sanders hat es irgendwie, ja, er schafft es irgendwie so 50 Prozent auf den richtigen Schluss zu kommen, ja, also er diagnostiziert ein sehr wichtiges Problem, dass die Ökonomie eben, ja, am seidenen Faden hängt. Er hat gesagt, 50 Prozent der Bevölkerung lebt paycheck to paycheck. Das heißt, wenn die einen Monat kein Gehalt mehr bekommen, dann können sie ihre Miete nicht zahlen, dann können sie nicht einkaufen gehen, dann stehen die vor dem Existenz aus. Die haben keine Ersparnisse, die haben, ja, kein Kissen sich angespart, sondern die sind darauf angewiesen, Gehalt zu bekommen. Und wenn sie kein Gehalt bekommen, dann rutschen sie ab in die Armut. Also das ist ein Problem und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Die Frage ist jetzt natürlich, woher kommt dieses Problem? Und das Problem kommt eben nicht von gierigen Unternehmern, ja, die, was weiß ich, Profit maximieren wollen, sondern das Problem kommt zum Beispiel von der Inflation. Weil wir ein staatliches Geldsystem haben und die Zentralbanken und das, ja, Posaunen, die auch groß sind, die Welt, aktiv Inflation betreiben und, ja, die Maßstäbe, wie sie Inflation messen mit dem Consumer Price Index, bin ich nicht ganz dabei. Ja, ich würde eher sagen, die Inflation ist gemessen an der Geldmengenerweiterung. Aber die, ja, selbst an dem Consumer Price Index, also, ne, den kann man halt sehr stark manipulieren. Das geht dann ungefähr darum, ja, was habe ich denn in meinem Warenkorb und wie steigen die Preise von den Gütern in meinem Warenkorb. Und man kann das halt insofern manipulieren, dass ich sage, ja, ich lege jetzt halt nicht mehr, was weiß ich, das Snickers in den Warenkorb, sondern irgendwas anderes. Also, man kann diesen Warenkorb manipulieren, wohingegen die Geldmengenerweiterung ist relativ eindeutig. Okay, aber das Problem ist jetzt zum Beispiel die Inflation, was dazu führt, dass die Geldmenge erweitert sich immer weiter oder die Preise steigen immer weiter, beziehungsweise es ist ja nicht so, dass die Preise steigen, sondern eigentlich die Kaufkraft des Geldes fällt. Ja, das heißt also, wenn mein Euro mir vor zehn Jahren noch zwei Kugeln Eis gekauft hat und heute kauft er mir nur noch eine Kugel Eis, dann könnten wir sagen, ja, Eis ist teurer geworden oder der Euro hat an Kaufkraft verloren. Und das ist eigentlich die wichtige und richtige Perspektive auf das Problem. Gut, also, alle Leute wissen, das Geld verliert an Kaufkraft über die Zeit hinweg. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte ich mir heute den Buckel schwitzig arbeiten, um, ja, was weiß ich, was an die Seite zu legen, wenn doch morgen in fünf Jahren, in zehn Jahren das nur noch halb so viel wert ist, ja, oder nur noch ein Drittel so viel wert ist. Warum soll ich jetzt schon mit jungen 30 Jahren auf meinen, was weiß ich, auf die 80er hinarbeiten, wenn das Geld bis dahin ein Bruchteil von dem Wert ist, was es eigentlich heute wert ist? Das heißt, systematisch haben wir schon den Anreiz gesetzt für die Leute, den ökonomischen Anreiz, Sparen ist was für Dumme. Wenn du sparst, dann hast du eigentlich nicht verstanden, dass die Kaufkraft des Geldes über die Zeit hinweg schwindet. Und, oh Wunder, oh Wunder, die Leute sparen nicht. Das heißt, auch hier hat Bernie Sanders das eigentliche Problem komplett verfehlt. Und ich denke, das ist so einer der wichtigen Punkte, die wir jetzt gerade jetzt in der Krisenzeit für uns verstehen müssen. Das Problem ist nicht der Coronavirus, das Problem ist nicht Wall Street, so wie uns 2008 verkauft wurde. Das Problem ist die staatliche Intervention in die Wirtschaft. Zum Beispiel eine unglaubliche Intervention in die Wirtschaft, Leuten vorzuschreiben, ihr müsst dieses und jenes Geld benutzen. Und wir vermehren jetzt einfach diese Geldmenge von diesem Geld. Das ist das tatsächliche Problem. Das ist die Wurzel des Bösens, sozusagen. Okay. Also, wir verstehen das. Die Krise ist nicht davon hervorgerufen, dass Leute gierig sind. Das waren sie schon immer. Das werden sie auch immer sein. Und das ist per se nichts Schlechtes, sofern man keine Aggression gegen andere Leute eingeht. Das Problem ist eigentlich die staatliche Intervention in die Wirtschaft. Gut, ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen. People are looking for results, not a revolution. Oh, Joe, Joe, Joe. Direkt die nächste Phrase, die hier getroschen wird. Also, Joe Biden. Das ist so einer seiner Slogans. We need results, not a revolution. Ja. Wir brauchen Resultate und keine Revolution. Natürlich kann sich da jeder... Also, Resultate hört sich gut an. Revolution hört sich sketchy an. Und, ja, wenn ich so sagen würde, hättest du lieber Resultate? So, sieht man in meiner Hand. Oder hättest du lieber eine Revolution? Ja, dann würden die meisten Leute wahrscheinlich sagen, ja, ich erkenne die Resultate. Heißt ja aber eigentlich nicht, ja, also so wie es Joe Biden hier präsentiert, ist es entweder oder. Aber es heißt ja nicht eigentlich, dass wir auch eine Revolution haben könnten und dadurch Resultate haben. Also, das hier ist einfach wieder Framing, wieder Rhetorik. Ein falsches Paradigma, ein falsches Dilemma, in das er uns hier reinstellen wird. Aber lassen wir ihn mal weiter schwafeln. Das ist ein falsches Dilemma. Also, Joe Biden hat tatsächlich dieses Weltbild, dass, wenn der Staat Leuten gibt, die Leute dadurch reicher werden. Und das ist einfach falsch. Ja, also klar, wenn man dieses Weltbild hat, dann kann man da auf diese Schlüsse kommen. Aber wir müssen einfach aus der ökonomischen Brille heraus sagen, dass das ein Trugschluss ist. Oh, wollte er da sagen, forcefully, aber er hat sich die Zunge nochmal verkniffen. Und in concert with all the forces that we need to bring to bear to deal with the crisis now. So no one's thrown out of their home. No one loses their mortgage. No one is kicked out of their house. No one loses their paycheck. No one is in a position where they have a significant financial disability as a consequence of this SARS, of this particular crisis. Thank you, Vice President. Senator Sanders. Well, I think it goes without saying that as a nation, we have to respond as forcefully as we can to the current crisis. Und forcefully heißt ja jetzt natürlich wieder, äh, Bernie, erzählt selber. But it is not good enough not to be understanding how we got here and where we want to go into the future. Also er sagt, es ist nicht gut genug zu verstehen, wie wir hierher gekommen sind. Und ich würde sagen, das ist schon 90% des Weges, wenn wir verstehen, was die Ursache von diesem aktuellen Chaoszustand eigentlich sind, dann können wir tatsächlich auch in die richtige Richtung marschieren. Wenn wir das nicht verstanden haben, dann können wir das nicht, äh, können wir nicht das Problem lösen. Ja, das ist wie, du bist in den Nagel reingetappt und der steckt jetzt in deinem Fuß drin und, ja, Joe Biden sagt jetzt immer, ja, wir haben jetzt hier eine Krise, wir müssen die Symptome bekämpfen. Ja, also, was weiß ich, kloppt dir mal ein bisschen Morphium rein oder, was weiß ich, lass uns das Bein abschneiden. Okay, so drastisch wird der wahrscheinlich nicht sein. Aber, ne, lass dir, gib dir erstmal ein bisschen Heroin, ein bisschen Opium, dann tut das nicht mehr so weh. Okay, und, ja, gut, das ist kurzfristig super, ja, dann spüre ich den Nagel in meinem Fuß nicht mehr. Das Problem ist halt, der fucking Nagel, der ist immer noch in meinem Fuß drin. Das heißt, ja, sobald ich dann halt runterkomme von dem Opium, dann habe ich einmal natürlich den Crash, ja, und, also, vom Opium ist ja auch ohne Nagel im Fuß nicht geil. Weiß ich jetzt nicht, aber habe ich gehört. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich immer noch den Nagel im Fuß. Das heißt, ich bin dann doppelt gefistet, ja. Also, das ist halt so, wir müssen wirklich verstehen, woher das Problem kommt. Und das ist wirklich so die Hauptgrundlage. Und deswegen, Leute, lest Rothbard, ja, lest Economics in One Lesson von Henry Hazlitt. Es geht oft um das Nicht-Gesehene. Und das hat Bernie auf keinen Fall verstanden, weil sonst wäre er kein Sozialist oder Kommunist. So, how does it happen that today, in the wealthiest country in the history of the world, half of our people are scared to death? Good. I agree. In fact, that was my idea originally, to make sure that every person in this country is made whole as a result of this crisis. But God willing, this crisis is going to end. And we are going to have to develop an economy in which half of our people are not living paycheck to paycheck and struggling to put food on the table. Also, ne, immer wenn Joe Biden jetzt hier über die Finanzkrise spricht, stellen wir uns einfach das vor, er würde über den Nagel im Fuß sprechen. And it's not going to be solved by a change in tax policy now. It's not going to be solved by a change in how we deal with health care. It's got to be solved with an emergency need right now. Es tut so weh. Ich brauche jetzt ein Schmerzmittel. Und, ne, das ist ganz interessant, dass Joe Biden das Geldsystem gar nicht anspricht. Das lässt er einfach so, ups, unter den Tisch fallen. Der Schlingel hier, ja, also das kommt bei denen gar nichts drin vor. Und das ist natürlich auch ganz wichtig vom Framing, dass wir bestimmte Sachen einfach ignorieren. Dass wir sie einfach totschweigen. Weil, wenn das nicht bei CNN kommt, dann denken die Leute auch gar nicht darüber nach. Ja, jetzt hat er gesagt hier, es bringt nichts, das Steuersystem zu reformieren. Was auch immer das heißen. Also, wann wird schon mal eine Steuer gecancelt? Also, beats me, oder? Es geht nicht darum, das Gesundheitssystem zu revolutionieren. Stimmt, Joe. Das beides ist eigentlich nicht so wichtig. Worum es geht, ist, der Zentralbank in den USA die Zügel aus der Hand zu nehmen. Dass wir sagen, hey, wie wäre es denn mit einem Goldstandard? Wie wäre es denn mit einem freien Markt im Geldwesen? Ja, wenn die Leute mit Gold bezahlen wollen, super. Wenn die Leute mit Bitcoin bezahlen wollen, super. Wenn die Leute mit Monero bezahlen wollen, Jockey Zell, ja, aber... Und wenn die Leute mit fucking Papier bezahlen wollen oder mit vollgeschissenem Klopapier, ist doch egal. Solange das erwachsene Menschen sind, die aus freien Stücken diese Handlungen eingehen. Aber, aber, das wird halt nicht erwähnt. Ja, also dieses Geldsystem, die eigentliche ökonomische Analyse des Problems, wird gar nicht angesprochen. Right now, what do we do? First thing we do is make sure that healthcare is available by us having the tools to be able to deal with it. And that requires us to go out and do much more than this president has done in terms of planning. Secondly, it requires us to be in a position where we're anticipating what will happen in the next month or weeks in terms of the flow into the healthcare system by bringing the military along, more hospital beds, more training, more equipment, more equipment to save the first responders as well. In addition to that, we then have to also look at what are the immediate needs right today. How about that person who's been laid off today? How about that person who doesn't have an income today? They have to know that tomorrow, that when the paycheck comes due, you will get that paycheck. And thirdly, we have to think long term about how we deal with making all those who have been badly damaged right again. And then we move on. Then we move on to change the economy in ways that are more profoundly necessary than people think, but do not respond to the immediate needs we have now. First things first. Ja, also first things first, da bin ich ja voll bei Joe Biden. Ja, bei mir wäre halt das Erste, was man machen sollte, ist, den Start aus der Wirtschaft rauszunehmen. Sehr cringe, wie Gideon jetzt sagen würde. Okay. Gucken wir mal, was noch so kommt. Thank you, Vice President. Senator Sanders, you voted against bailouts following the 2008... Interessante, das finde ich eine sehr interessante Szene, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und das wusste ich nicht, ja, Bernie Sanders hat 2008 gegen die Bailouts für die Banken gewählt. Das heißt, ja, also die Vereinigten Staaten, die Regierung musste aktiv werden, weil, ja, und... Freut euch auf die Antwort dann von Joe Biden auf diese Thematik. Aber Bernie Sanders hat dagegen gewählt, ja, also, und das wäre auch meine Position gewesen, ja, weil, warum sollten die Banken, die so schlecht gewirtschaftet haben, dass sie jetzt vor dem Existenz ausstehen, warum sollten die jetzt auch noch eine Belohnung dafür bekommen, in Form von einem Rettungspaket? Nein, der marktwirtschaftliche Prozess, der Prozess von Gewinn und Verlust ist, dass man halt auch verlieren kann. Und dann müssen halt schlechte Unternehmen, Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben, pleite gehen und Platz für bessere Unternehmen machen. Und Bernie Sanders, ja, zu seinem Credit, hat dagegen gestimmt, was ich schon super finde. Also, da, auch wenn wir auf komplett unterschiedlichen Seiten vom politischen Spektrum eigentlich sind, er ist ein autoritärer Sozialist, auch wenn er das selber nicht zugeben würde, und ich bin ein freiheitsliebender Anarchist, da würden wir, ja, so zusammenkommen wieder. Da beißt sich die Schlange praktisch in den Schwanz rein. Und, ähm, gut, also, Bernie Sanders hat, äh, gegen die Bailouts für den, für die Banken gewählt. Und, vielleicht kommt das mir einfach nur so vor, aber ich finde, CNN hat hier schon stark gegen, äh, Bernie Sanders geframed. So nach dem Motto, wir brauchen doch jetzt, der Staat muss doch irgendwas machen. Und es kann doch jetzt nicht sein, dass wir einfach, ja, äh, dabei stehen, Däumchen drehen und zusehen, wie die Wirtschaft in Flammen aufgeht. Und ich würde, um die Analogie vielleicht perfekt zu machen, äh, sagen, ja, aus der Asche kann auch ein Phönix entstehen. Ähm, Harry Potter for life. Aber, ne, das ist, okay, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Achso, genau, das Framing von CNN gegen Bernie Sanders. Er wird ja, also, finde ich, zumindest in die Ecke gestellt. So nach dem Motto, ja, du hast doch damals schon nichts gemacht. Und, äh, was würdest du heute machen? ...financial crisis. Many believe, those spending bills were a crucial part of stabilizing the economy back then. Would you support... Also, das, genau das habe ich gemeint, ja. Das ist eigentlich kein Teil der Frage. Ja, das ist so ein dazwischen geschobenes Framing-Teil. Which many believe was a crucial thing, bla, 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 to bring the economy back to life. So nach dem Motto, ja, so, vom Framing her, du warst gegen die Rettungspakete 2008 und viele glauben, ja, das ist sowieso, das kann man immer behaupten, weil es gibt halt viele Menschen auf der Welt und viele glauben, dass, was weiß ich, Donald Trump oder Mark Zuckerberg, äh, Eidechsen-Menschen sind, ja, nur weil ich sage, viele glauben das, dass es eins, zwei, viele, ja, also wenn ich schon mehr als zwei Leute habe, dann habe ich eigentlich rein theoretisch viele. Das heißt, es ist ein sehr vages Statement. Und das Framing ist jetzt hier also, und viele sagen, dass, wenn wir das nicht gemacht hätten, ja, dann wäre so die Wirtschaft niedergebrannt. Also, das ist genau das Framing von CNN gegen Bernie Sanders. Pailouts for industries that are being crushed by the coronavirus outbreak now. Crushed by the coronavirus, wieder so Framing. Ja, wir hatten doch vorhin das besprochen, dass der Coronavirus die Stecknadel ist. Die Unternehmen sind nicht dadurch gecrushed, dass der Coronavirus kommt, dass der Reality-Check kommt, sondern sie sind dadurch gecrushed, dass sie eigentlich schon die ganze Zeit unwirtschaftlich gearbeitet haben und einfach dieses ganze einfache Geld von der Zentralbank sie am Leben erhalten hat. I did. Das ist so ein bisschen, ich springe aus dem Flugzeug, ja, ich spiele in letzter Zeit ein bisschen GTA 5. Sehr, sehr gutes Spiel, vor allem GTA Online. Wenn ihr da mal Lust drauf habt, eine Multiplayer-Session zu machen, lasst es mich wissen. Ne, aber das ist so, ich springe aus dem Flugzeug und der Boden tötet mich. Ja, also, ne, wenn man's, wenn man das so sehen will, ja, der Boden tötet dich in dem Fall. Aber das eigentliche Problem ist ja nicht der Boden, sondern dass du zwei fucking 100 Meter aus dem Flugzeug gefallen bist. Das ist ja eigentlich das Problem, ja, also, ich bin ja jetzt hier auch auf dem Boden und mir geht's gut. Ja, also, so gesehen, der Boden an sich ist jetzt nicht das Problem. Es ist eigentlich der, der, der große Fall davor, der, der mich umbringt. You're quite right, I voted against the bailout, because I believe that the illegal behavior being done by the people on Wall Street should not be rewarded by a bailout. And today, by the way, those banks are more prosperous and own more assets and buy and large than they did back then. Also, wieder, ne, er wollte das illegale Verhalten der Banker nicht belohnen. Und ich würde das jetzt mal in Frage stellen, ob die Banker tatsächlich illegal gehandelt haben oder vielleicht sogar im gesetzlichen Rahmen. Ich hätte jetzt, ne, also, wir hätten jetzt beide die gleiche Entscheidung getroffen. Er hätte gesagt, wir machen keine Bailouts. Ich hätte gesagt, wir machen keine Bailouts. Er hat gesagt, er will das illegale Verhalten nicht belohnen. Und ich hätte gesagt, ich möchte nicht in den freien Markt intervenieren. Und Unternehmen, die schlecht gewirtschaftet haben, sollen halt pleite gehen. Das heißt, ihr merkt so, man kann teilweise auf die gleichen Schlüsse kommen, aber der Gedankenprozess, wie man da hinkommt, ist ein ganz anderer. Und ich würde halt sagen, der Weg, die Methode, wie man zu dem Schluss kommt, ist mindestens genauso wichtig wie der Schluss selber. Das ist so wie im Matheunterricht in der Schule, ja, und du musst da auch den Rechenweg zeigen. Das ist so wichtig, dass sie jetzt nicht mehr als sie dann waren. Ich dachte, an der Zeit, dass in der Mitte der Massen und Wealthe Inequalität, die Leute auf dem Topf, die auf der Sertaxe, on die sehr Wealthe, should bailout. Und es ist nicht nur die TARP bailout. Wir gaben trillions von Dollar in zero-interest loans zu large banks. Aber zu answeren Ihre Frage, wo wir jetzt sind, wir müssen die Wirtschaft, die Wirtschaft, aber wir können nicht repeat was wir in 2008. Joe voted for that, I voted against it, because we have got to do more than save the banks or the oil companies. Our job right now is to tell every working person in this country, no matter what your income is, you are not going to suffer as a result of this crisis, of which you had no control. Vice President Biden. Ja, das ist ein starkes Dilemma, weil die Orthonormalverbraucher werden eben leiden durch diese bevorstehende Krise. Und das ist sehr, sehr tragisch, dass hier viele Leben ruiniert werden, dass Existenzen komplett vernichtet werden. Und letztendlich ist das ja auf dem Mist genau dieser Politiker gewachsen. Und zu Bernie Sanders Credit hat er gegen die Bailouts gestimmt. Wenn wir die Krise 2008 nicht mit Rettungspaketen bekämpft hätten, dann wäre sie vielleicht kurzfristig schlimmer gewesen, aber heute würde es uns allen besser gehen. Aber dadurch, ja, das ist wie so, oh nein, oh nein, wir kommen von dem Heroin-Trip runter. Oder entweder habe ich diesen Ausnüchterungsprozess und ich komme wieder klar oder ich gebe mir halt direkt die nächste Nadel. Und ja, wenn ihr, gut, Heroin ist für die meisten Leute unrelatable, für mich auch, ist halt nur eine drastische Droge. Aber mit Alkohol ist das hier genau das Gleiche. Ihr sauft am Abend vorher mit euren Kumpels und habt dann am nächsten Tag den krassen Hangover. Und jetzt ist entweder die Entscheidung, ja, dann geht es halt ein Tag scheiße, man hat Kopfweh und so weiter. Oder nochmal trinken, ja, weiter den Rausch am Leben erhalten. Und 2008 wurde eben genau der Rausch am Leben erhalten. Und jetzt, 2020, zwölf Jahre später, kommen die, wie Rothbard immer so schön sagt, The chickens come home to a roost. Ja, also die Hennen kommen zum Brüten nach Hause zurück. Und unter all those people, Bernie says he cares about, would be in deep trouble. Okay, ganz, ganz wichtiger Punkt jetzt. Jetzt fängt Joe Biden praktisch seine Parade-Reposte zu dem Statement von Bernie Sanders an. Of which you had no control. Had those banks all gone under all those people, Bernie says he cares about, would be in deep trouble. Ja, also das ist genau die Establishment-Rhetorik. Hätten wir 2008 nichts gemacht, wären all die kleinen Leute in der Scheiße gewesen. Und ja, das stimmt. Ja, viele Leute wären in der Scheiße gewesen. Das ist halt, wenn man von so einem Trip runterkommt. Aber langfristig kann es einem wieder besser gehen. Und der Punkt jetzt ist, wir stehen wieder kurz vor einer Krise. Ja, wir brauchen praktisch den nächsten Hit. Und die Zentralbank spritzt auch schon ordentlich rein, so nach dem Motto, oder füllt uns ordentlich ab. Aber das wird wieder das Problem nicht lösen. Das heißt dann einfach nur in 5 Jahren, in 8 Jahren, in 10 Jahren kommt noch eine härtere Krise. Und das ist ja immer, wenn wir nicht die tatsächliche Ursache bekämpfen, wird das Problem schlimmer. Ja, das ist wie so, ja, jetzt haben wir keinen Nagel im Fuß. Oder, ne, können wir das auch mit dem Nagel im Fuß machen. Ich trete in den Nagel im Fuß rein und habe zum ersten Mal Schmerzen. Ja, gerade vor einer Minute ist der da wie ein Messer durch die warme Butter reingegangen. Und jetzt habe ich einen Nagel im Fuß. Das tut weh. Jetzt habe ich die Möglichkeit, Heroin zu nehmen. Oder Opium, ja, oder Morphium. Also Morphium und Heroin sind ja Opium. Und dass ich keine Schmerzen mehr habe. Das heißt, der erste Stimulus kommt, ja. Stimulus Bending. Das ist der wichtige Begriff hier. Und dann fühle ich keine Schmerzen mehr, aber der Nagel steckt in meinem Fuß drin. Und dann komme ich von dem Heroin runter, habe wieder Schmerzen, brauche neues Heroin. Oder Morphium, whatever. Und der Nagel die ganze Zeit im Fuß bleibt drin und fängt an, sich zu infizieren. Und, ja, wenn ich auch am Anfang den Nagel hätte ganz einfach rausnehmen können. Und ja, dann wäre das kurz, was weiß ich, für eine Woche schmerzhaft gewesen. Aber jetzt, nachdem ich vier Wochen, zwei Monate, drei Monate nichts gemacht habe, außer Heroin zu nehmen und mich vor dem Schmerz zu, oder ja, dem Schmerz wegzurennen sozusagen, ist mein Fuß am verfaulen. Und bedroht letztendlich auch den ganzen Organismus. Und genau das passiert mit unserem Finanzsystem. Wenn wir die tatsächliche Ursache, aka das monopolistische Geld oder das Geldmonopol des Staates, nicht bekämpfen, werden wir immer weiter in die Scheiße rutschen. Also deswegen, ja, eine Krise ist halt scheiße für die Leute. Aber es geht eigentlich relativ schnell vorbei, wenn man den freien Markt einfach regeln lässt. Und durch diese staatliche Intervention kommen wir eben immer, immer tiefer in die Kacke rein. Deep, deep trouble. All those little folks. Deep, deep shit. We'd gone out of business. Oh nein, oh nein. Ja, es geht mal jemand pleite. Ja, bro, wenn du schlecht gewirtschaftet hast, dann ist das richtig, ja. Und die großen, also das Rettungspaket 2008. Woher kam das Geld denn? Und ihr wisst das natürlich jetzt schon. Ihr habt ja jetzt hier über anderthalb Stunden das Video geschaut. Ihr wisst ja, dass der Staat kein Geld hat. Und dass das Geld von 2008 letztendlich aus den Taschen der armen Bürger kam. Ja, also. They'd find themselves in a position where they would lose everything that they had in that bank. Where there was $10 or $300 or a savings account. This was about saving an economy. And it did save the economy. Nein, das ist der wichtige Punkt. Hier müssen wir ganz klar dazwischenfunken und sagen, das hat die Ökonomie nicht gerettet. Ja, das ist genauso, wenn ich sage, das Heroin, das Opium, rettet denjenigen mit dem Nagel im Fuß. Das tut es nicht. Es bekämpft die Symptome für eine kurze Zeit. Aber es rettet ihn nicht. Also Joe Biden, der ist schon giftig. Der schießt schon sehr stark gegen Bernie Sanders. Und ich würde mir wünschen, dass Bernie Sanders, der ja so viel Abscheu und Hass für das Establishment hat, da irgendwie zurückschießt. Aber Bernie Sanders kämpft wie ein Gentleman. So, oh ja, Joe, du hast mir einen guten rechten Haken verpasst. Hier, ich komme auch gleich, so nach dem Motto. Und Joe Biden ist so ein richtig fieser. Ja, der steckt ein Messer nach dem anderen in den Rücken von Bernie Sanders. Und Bernie Sanders hat irgendwie nicht so die Cojones, hier seinen Mann zu stehen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Aber da freue ich mich schon schelmisch darauf. Ein Mann hat diese Cojones auf jeden Fall. Und das ist Donald Trump. Und wenn Joe Biden hier nicht mit Bernie Sanders auf der Bühne steht, sondern mit dem guten Donald, oh, dann bekommt der Contra. Oh, das wird heftig. Da freue ich mich richtig drauf. I did not vote against that. That bailout money was used later on by Bush to, uh, to... Wie Joe Biden guckt so, oh, you didn't want for that? Oh, ich muss wohl meine Notizen falsch bekommen haben. Protect the automobile industry. But here's the point. One minute, here's the point here. Is that in terms of that bailout, there are ways that you can bail out when you have a handful of people who have incredible wealth. who have prospered off of the illegal behavior of individuals, in this case on Wall Street. You know what you say to them? You want to... And I did. I said this to the Secretary of Treasury. You want to bail out? That's fine. You have your friends pay for it. Not working people. The other point is, is Joe... Ja, genau. Nicht die working people sollten für diese Rettungspakete bezahlen. Aber letztendlich ist das halt so bei allen staatlichen Programmen. Also, staatliche Intervention. Das ist das hier, was beschrieben wird. Vice President Biden. Look, um... Oh, well, look. You know, I'm Barry Obama. I was the Vice President. The fact of the matter is... Oh, oh, yeah. Das ist Joe Biden's Lieblingssatz. The fact of the matter is... In fact, the banks had all been gone under. We would be in a great depression. Ja, also erstmal muss man da jetzt dazu sagen, die Banken haben diese ganzen faulen Kredite ja nicht aus Jux und Tollerei ausgegeben, sondern weil sie ja mussten. Ja, also das... Und liebe Leute, falls ihr das nicht wisst, lest vielleicht das Buch Meltdown von Tom Woods, wo er beschreibt, was tatsächlich für die Finanzkrise verantwortlich war. Und es waren zum Beispiel so Programme wie, ja, jeder Amerikaner sollte ein Dach über den Kopf, ein eigenes Haus haben. Deswegen, liebe Banken, vergebt diese ganzen Kredite an kreditunwürdige Menschen, die ihn nie zurückbezahlen werden. Und 2008 war halt so, ja, dann ist der Scheck geplatzt. Dann standen die Banken auf einmal so da und haben festgestellt, oh ja, das hätten wir uns ja eigentlich auch denken können. Ja, aber das ist nicht so, dass das ein Auswuchs des freien Marktes ist, sondern 2008 war auch schon die Reaktion auf die staatliche Intervention in die Wirtschaft. We would have not... How do you get out of that? Now Bernie is saying that, I guess he's going to do a wealth tax or something, that the top 1% could pay for everything and they should pay for everything that occurred. We were talking about tens and hundreds of billions of dollars. That's what this was about. And the fact was, it had saved the economy from going into a depression after we passed the recovery act, which I was the one, who went out and got the three votes to get it changed, that had nine hundred billion dollars in it and was the thing that kept us from going into a great depression. Vice President Biden, I'm going to stay with you. Also, ich glaube, vielleicht glaubt Joe Biden, das ist tatsächlich, was er da hier verzapft. Aber wir müssen einfach festhalten, es gibt eine ökonomische Realität und nach dieser Realität ist er einfach komplett fehlgeleitet. Also ein Rettungspaket beschützt uns nicht von der Wirtschaft. Das ist wie zu sagen, oh ja, der Dr. Joe Biden, der Arzt, Kinderarzt, da kommt jemand rein, hat den Fuß im Nagel und Joe Biden sagt, hier Morphium und dann sagt jemand, ja, ich hätte jetzt kein Morphium gegeben und dann so, ja, du hättest dann gewollt, dass der in Schmerzen ist, du Unmensch und letztendlich so brüstet sich damit, ich habe denjenigen gerettet, ich habe ihm Morphium gegeben und ist halt, ist halt keine Rettung, ne? Many of the 11 million undocumented immigrants. Genau, jetzt kommt die Frage, die ich vorher gemeint habe. Wer stellt die Frage zur Immigration? Immigrants and now even many legal immigrants in the United States are afraid to seek medical help, how do you ensure they feel safe enough to get treatment to help stop the spread of coronavirus? Also sehr interessante Frage, jetzt kommen wir zur Frage, ne? Es gibt ja viele undokumentierte Immigranten in den USA, die können ja auch krank werden, aber wenn die jetzt zum Arzt gehen, dann müssen sie vielleicht auch sagen, hey, ja, ich habe gar keine Social Security Number, hey, ja, ich bin hier eigentlich undokumentiert, ich bin ein illegaler Einwanderer, ich müsste eigentlich deportiert werden. Ne? Was sagt Joe Biden dazu? Anyone who shows up to be tested for coronavirus or gets coronavirus and is treated would be held harmless. Just like I've argued all along, any woman who crosses the border or is here and being beaten by her husband, but she's an undocumented, she cannot be deported because she reports. There are certain things you can not deport an undocumented alien for, an undocumented person for. Undocumented alien ist eigentlich ein richtiges Wort, ja, also alien heißt jetzt nicht hier vom Mars oder so, sondern einfach nur ein Auswertiger sozusagen. Aber Joe Biden hier korrigiert seinen political speech und sagt dann undocumented person, ich mach das nicht so, man. Not be deported because she reports. There are certain things you can not deport an undocumented alien for, an undocumented person for, and that would be one of them. We want that. It's in the interest of everyone. And those folks who are the xenophobic folks out there, it's even in their interest that that woman come forward or that man come forward. Also, ich weiß jetzt, ich höre schon, Max, MRPG 0 in meinem Kopf, ja, das kann durchaus eine gute Maßnahme sein, weil wenn die Leute Angst haben, dass sie deportiert werden, dann kommen sie vielleicht, obwohl sie krank sind, nicht nach vorne. Der anderen Seite, na gut, also dieses Immigration-Topic interessiert mich eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Period. I have been criticized because the proposal for Medicare for all that I introduce includes makes... Okay, Leute, ich mache mal kurz eine Pause und um mir was zu trinken, es bleibt auf jeden Fall spannend hier für die zweite Hälfte von dem Talk, ihr habt hier keine Pause, aber ich bin gleich wieder da. Okay, also die Zeit schreitet voran und ich, wir sind jetzt 40 Minuten in der Debatte von zwei Stunden, deswegen werde ich jetzt hier größere Teile auch überspringen, aber trotzdem diesen kleinen Exchange möchte ich reinbringen und zwar hat Bernie Sanders jetzt hier also die Möglichkeit, Joe Biden massiv anzugreifen und ich meine, ihr könnt das selber beurteilen, ihr werdet das ja sehen oder hören, ich finde, er macht das nicht richtig, er macht das nicht gut genug. Why do we give tax breaks to billionaires, when a half a million people are homeless today? And it comes down to something, Jake, we don't talk about. The power structure in America. Who has the power? Gute Frage. Wieder Bernie stellt die richtige Frage, ja. Wer hat denn die Macht? Und die Macht hat letztendlich der Staatsapparat, aber das wird uns Bernie Sanders leider nicht erzählen. And I'll tell you, who has the power? It's the people who contribute money, the billionaires who contribute money to political campaigns. Fast, ja. Also die Macht haben letztendlich die Leute, die den Staatsapparat kontrollieren, ja. Die Politiker. Und ja, die stecken unter einer Decke mit den ganzen reichen Leuten, aber trotzdem, die Macht liegt letztendlich bei den Politikern. Und die prostituieren sich halt für Geld. Und ja, das ist halt so, Power corrupts, absolut Power corrupts, absolut, ja, das ist ja eigentlich nichts Neues. Who control the legislative agenda. Those people have the power. And if you want to make real changes in this country, if you want to create an economy that works for all, not just a few, if you want to guarantee quality healthcare to all, not make 100 billion in profit for the healthcare industry, you know what you need? You need to eliminate the state, ja. Also end the Fed und den Staat so klein wie möglich halten, am besten komplett ausradieren. Und dann, ja, haben wir mehr Gerechtigkeit in der Welt. Weil der Staat wieder für die Leute die Ethik der Freiheit gehört haben, ihr wisst das schon, der Staat ist letztendlich per Definition die Vergewaltigung von Eigentumsrechten. Ja, das ist halt so, ne, du, Bernie Sanders, du willst, dass die menschliche Natur sich ändert und Menschen sind halt gierig. Und wenn du den Leuten Macht in die Hand gibst, dann werden sie diese Macht halt ausnutzen. Also das ist diese Kritik, finde ich, einfach komplett fehl. Ja, er hat die richtige Frage gestellt, aber er hat sie komplett falsch beantwortet. Ja, das hätte beiden wohl gerne, ne, dass der Staat die Wahlprozesse noch finanziert, dass der Staat die Wahlkampagnen finanziert. Letztendlich, der Staat hat kein Geld, wird das wieder von den Bürgern finanziert, aber dann halt nicht mehr freiwillig, sondern mit der vorgehaltenen Pistole. Das wäre auch illegal, ja, es gibt ein Gesetz, dass man keine Contributions über 2800 Dollar akzeptieren kann. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, ja, aber da fallen mir spontan so viele Wege ein, wie man das System gamen kann. Ja, dann mache ich halt eine Sibbel-Attack und, also, ne, ich tue so, als ob ich ganz viele verschiedene Leute wäre und spende dir halt immer 2800 Dollar. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich was bringt. My average contribution is 44 Dollar. Auch eine nichtssagende Zahl, ja. Ich kann ja auch hier wieder eine Sibbel-Attack machen und dann spende ich dir halt, was weiß ich, 10.000 mal 5 Dollar und dann hast du auf einmal eine niedrigere Average-Donation, ja. Also, finde ich irgendwie schlechte Metriken, um, ja, sowas zu beweisen, dass man nicht korrupt ist. Joe Biden ist einer der korruptesten Politiker, die es so gibt, ja. Also, wenn wir uns mal diese ganze Ukraine-Affäre anschauen, die mittlerweile wieder komplett fallen gelassen wurde. Ja, bei den ersten Debatten war das das Thema schlechthin. Heute spricht da keine Sau mehr drüber. Weil, wenn man heute noch drüber sprechen würde, nachdem Donald Trump nicht impeached wurde oder nicht aus dem Amt enthoben wurde, wer ist denn da eigentlich noch schuldig? Das ist doch Joe Biden, der seinen Sohn Hunter Biden bei Burisma Holding, dem größten Energiekonzern der Ukraine, installiert hat. Ja, die haben den Hunter noch nicht genommen, weil er so gut Russisch kann, was er nämlich nicht kann, was er gar nicht kann. Die haben den Hunter nicht genommen, weil er ein Energieexperte ist, was er nicht ist, sondern die haben den Hunter genommen, weil er der Sohn vom Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika war. Just this month I've raised 33 million dollars, average contribution 51 dollars. The idea that this is, Bernie's implication is, somehow I'm being funded by millionaires. Bernie, look, in the last, in Super Tuesday and before that, Bernie outspend me 2, 3, 4, 5, 6 to 1. And I still won. I didn't have any money. And I still won. Senator Sanders. Oh, da, da hat Joe Biden Bernie aber bei den Eiern. Er hat trotzdem gewonnen, obwohl er hinten lag und obwohl er kein Geld hatte. It's good that you had an idea 30 years ago. I don't want to join you. Why don't you join me? Why don't you join me? Why don't you get rid of the Superpack that you have right now, which is running very ugly negative ads about me, by the way. Don't laugh, Joe. That's just the truth. And they got two other Superpacks running ads. Wie er sagt, don't laugh, Joe. Und Joe lacht nochmal ein bisschen weiter. Ich mach's nochmal kurz. Superpack that you have right now, which is running very ugly negative ads about me, by the way. Don't laugh, Joe. That's just the truth. And they got two other Superpacks running ads against us. Why don't you just say right now, go on television and say, hey, you know what? I think in the past, Joe, if I'm not mistaken, you condemned Superpacks. Is that correct? You get rid of the nine Superpacks you have? I don't have nine Superpacks. I don't have any Superpacks. You want me to list them? No. Okay. Ich weiß nicht, was ein Superpack ist. Und ihr wisst das vielleicht auch nicht. Deswegen machen wir jetzt das, was ein Millennial oder ein Zoomer im 21. Jahrhundert macht. Wir gucken das einfach mal an. Also Superpack. Schreibt man das so? Political Action Committee. Okay, Wikipedia. In the United States, a Political Action Committee pack is a 527 organization that pools campaign contributions from members and donates those funds to campaigns for or against candidates. Okay, also ein Superpack ist dann wahrscheinlich ein super Political Action Committee. Interessant. Okay, wir haben wieder was dazugelernt. Machen wir weiter? You go ahead, listen. Come on, give me a break. Come on, give me a break. Come on, Bernie. What are you? Give me a break, man. No, I won't give you a break on this one, Joe. You condemn Superpacks. You got a Superpack. It's running negative. But here's... Ah, ich habe hier gerade bei Wikipedia, ich blende das nochmal ein, den Teil zu Superpacks gefunden. Superpack is officially known as Independent Expenditure. Only Political Action Committees may engage in unlimited political spending on, for example, ads, independently of campaigns, but are not allowed to either coordinate or make contributions to candidate campaigns or party coffers. Unlike traditional PACs, Superpacks can raise funds from individual corporations unions and other groups without any legal limit on donation size. Ach so, also für die gilt dann die 2800 Dollar Grenze nicht. Da, da liegt der Pudelskern also. So, okay. Point. This is the point. In the richest country in the history of the world, half of our people should not be struggling to put food on the table. And the reason for that is you have a political structure in which big money interests not only dominate the political system, but dominate our economy as well. Somebody makes a decision, we're gonna shut down a factory in America, we're gonna move to China, we're gonna move to Mexico, pay people's starvation wages there. This is an issue that has got to be ultimately deal with who has the power in America. Are we content with so few exercising so much power when so many people have given up on the political process? Genau. Und das ist also der Punkt, wo ich Bernie einfach sehr stark kritisieren würde. Ja, er hat hier wirklich die Chance, Joe Biden komplett vor den Karren zu fahren und er macht das nicht. Joe Biden, die Personifikation des politischen Establishments, der acht Jahre lang an der Spitze der USA war, ja, der Mann hinter Barack Obama sozusagen, der so viel dazu beigetragen hat, dass es dem System jetzt so schlecht geht, wie es ihm gerade geht, ja, so viel Potenzial zur Kritik und Bernie Sanders schafft es einfach nicht, hier, äh, ja, das beim Namen zu nennen und Joe, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, out zu callen, ähm, okay, also, ne, ihn da dafür anzuprangern. Er macht es einfach nicht, was ich sehr schade finde. I've proposed a significant change in the tax code and I've been proposing it for a long, long time. Number one. Number two. It's not just about taxing the super wealthy. It's about making sure everybody pays their fair share. For example, I can pay for my whole health care plan by changing the way in which we deal with capital gains. Finde ich auch einen sehr interessanten Punkt und das hatten wir auch in der Universität, dieses fair share Argument, ja, wenn du viel hast, dann musst du auch viel bezahlen. Und ich möchte einfach hier hervorheben, dass in keinem anderen Bereich der Wirtschaft es nach fair share geht, ja. Also ein iPhone kostet so viel wie ein iPhone kostet, unabhängig davon, ob du ein Millionär bist oder nicht. Die Brezel beim Bäcker kostet so viel wie sie kostet, unabhängig davon, ob du ein Millionär bist oder nicht. Bei allen Gütern und Dienstleistungen in der Welt hast du einfach einen Preis und das ist eigentlich egal, wie viel Einkommen du hast. Außer wenn es dann um den Steuersatz geht, ja. Da ist es dann auf einmal entscheidend. Und Mary Rothbard hat diesen Punkt auch gemacht, dass es eigentlich viel logischer wäre, ja, wenn wir schon einen Staat haben, dass wir dann einen fixen Preis für die Leistungen haben. Und dann kostet, was weiß ich, die Polizei in meiner Stadt halt 50 Euro im Jahr oder im Monat oder whatever, ja. Aber dass wir halt nicht das proportional zum Wohlstand einer Person machen, sondern da halt einen fixen Preis haben. Das würde viel mehr Sinn machen. Das ist wie bei allen anderen Dienstleistungen und Produkten in der Wirtschaft auch. Okay. Ich springe nochmal ein bisschen nach vorne und suche uns die nächste interessante Stelle raus. Okay. Ich bin keine 30 Sekunden nach vorne gesprungen, weil das war eine Stelle, als ich es mir angehört habe, die wollte ich mit euch auch genauer erforschen. Wir hören mal rein. In der Zeit, das war all about trying to eliminate the safety net. Look, the idea that Bernie implies, the way he says things, speaking of negative ads, my lord, Bernie, you're running an ad saying I'm opposed to Social Security, that PolitiFact says is a flat lie, and that the Washington Post said is a flat lie. Oh, well, let me ask you a question, Joe. Yeah. You're right here with me. Yeah. Have you been on the floor of the Senate, you were in the Senate for a few years, time and time again, talking about the necessity, with pride, about cutting Social Security, cutting Medicare, cutting veterans' programs? No. You never said that? No. All right. America, go to the website right now. Go to the YouTube right now. Time after time, you were not a fan of Bull Simpson? I was not a fan of Bull. You were not a fan of the balanced budget amendment, which called for cuts in Social Security? Come on, Joe, you won't. Look, here's the deal. You're an honest guy. Why don't you just tell the truth here? We all make mistakes. Okay, also. Bernie Sanders sagt, wir sollen auf YouTube gehen und uns das anschauen. Und das machen wir jetzt, ja. Also wir haben ja den Luxus, dass wir hier das nachschauen können. Und was mir auffällt, ja, ich habe jetzt hier eingegeben, ihr seht das ja, Biden Social Security Cut. Und mir fällt auf, die Videos hier sind von einer Woche, einem Tag, einem Monat, vor sieben Jahren. Und das ist die Debatte mit Paul Ryan. Das öffne ich mal in einem Tab, das gucken wir uns gleich an. Okay, Autoplay ausgeschaltet, sehr gut. Biden Cut. Medicare and Social Security. Vor einem Jahr. Von den Young Turks. The presidential election in 2020 is already starting to heat up. We are hearing about a number of potential candidates on the Democrat side. And Joe Biden happens to be one of the names that's floating around. Now, so I don't want to put words in his mouth. Let's listen to what he had to say. Look what's happened. The latest tax cut. Once again, those at the very top get the biggest breaks. And what we, what do we have to show for it? Even our Republican friends are now beginning to admit there's no evidence these, these, these tax cuts are being put to work in the economy. No new growth, just more debt. And that puts middle class programs that they rely on and they've worked for at real risk. Paul Ryan was correct. When he did the tax code, what's the first thing he decided we had to go after? Social Security and Medicare. Now, we need to... Do something about Social Security and Medicare. Also, das ist ja interessant. Paul Ryan was correct. Social Security. Interessant. Okay, also diese Debatte können wir uns jetzt sparen. Also, ne, das ist ganz interessant. Dieses Video, was wir gerade gehört haben, ist vom 27. Dezember 2018. Und damit revidiert er seinen Stand. Ich schaue es mir jetzt nicht an, aber wahrscheinlich vom 11. Oktober 2012, wo er mit Paul Ryan debattiert. Also, müssen wir festhalten, dass Bernie Sanders ja wohl einen Punkt hat, wenn er sagt, dass Joe Biden gegen Social Security war. Und wir merken einfach, ja, ich hatte das ganz am Anfang vom Video gesagt, Joe Biden ist wie der Grashalm im Wind. Und er muss jetzt halt hier zu den Demokraten sich schmackhaft machen. Und da ist natürlich ein großer Staat sehr wichtig. Und deswegen, ja, ist er für den großen Staat. Oh Wunder, oh Wunder, ja. Der Grashalm biegt sich im Wind. Ich har little, hör auf den 動 certainly, you said I in fact... Why am I rated 96% by the Social Security organization? Why am I viewed as a strong ... All that I said... I have laid out how I will increase ... Well thats good, I laid that out... I have laid out how I'm going to make sure ... Okay, let me ... ...que it is in fact paid for. Jake ... Go to JoeBiden.com, look at my exchange with Paul Ryan on his desire to try to privatize and or cut Social Security. Okay, also, ja, also, ne, erst mal, das geht zu JoeBiden.com, aber ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn ich 2012 eine Meinung hatte und 2018 dann sage, ich hatte, hatte Unrecht, dann ist doch eigentlich meine Position, die aktuellste Position ist doch dann, dass ich Unrecht hatte, also, und jetzt hat er wieder gefloppt, ja, der kleine Flipflopper hier. Und, ne, Bernie Sanders, viel zu galant mit dem guten Joe, er könnte hier viel mehr bohren, viel stärker angreifen, aber er tut es einfach nicht. Okay, okay, wir müssen uns das nochmal kurz anschauen, was hier Bernie Sanders manipuliert hat. In Medicare. Okay, also, ja, also, ne, Bernie ist der Manipulator hier von den beiden, sagt Joe das Wiesel. Okay, ich, ähm, spring mal und hoffentlich kommen wir weiter nach vorne, aber wenn es interessant wird, dann, äh, werde ich das natürlich auch zeigen. Okay, diese nächste Stelle möchte ich, äh, euch zeigen, weil wieder das Framing von CNN wichtig wird, ja, also jetzt hat Bernie Sanders gerade Joe Biden angegriffen, wegen etwas, was er 2018 gesagt hat, Ende 2018, ja. Ja, das ist noch keine zwei Jahre her. Mal sehen, was die nächste Frage von CNN ist. Aber du kannst die Realität nicht verhindern. Also, Senator, weil du Social Security und es darüber gesprochen hast, ich möchte dich über etwas, was du in 1996 geschrieben hast. Also, jetzt kommt hier was, was Bernie Sanders in 1996 gesagt wird. Das ist schon ein paar Jahre mehr her. Das ist 24 Jahre her. Also, das ist ein kleiner Unterschied, ne? Aber mal sehen, was sie ihn fragt. Ja. why are your past comments any less relevant than... Incremental adjustments... What I advocated... Adjustments that I advocated and have advocated for years... ...is among other things increasing the cost of living assistance. No, you're not gonna find me ever calling for cuts to Social Security. Okay, also, ich denke, das Wichtige, was für eine Frage ist das für Bernie Sanders und was für, die Moderatoren verteidigen Joe Biden, ja, und andersrum passiert das, glaube ich, nicht, dass die, also, ich habe jetzt noch keine gefunden und wir werden wahrscheinlich auch keine finden, wo die CNN-Moderatoren Joe Biden angreifen und Bernie Sanders verteidigen. Das ist immer in eine Richtung, das ist sehr, ja, elegant gesteuerte Manipulation. Okay, wir skippen vor bis zur nächsten Stelle. Okay, also, das geht jetzt in dieselbe Richtung. Bernie Sanders hat wieder eine sehr gute Möglichkeit, Joe Biden zu kritisieren und er schafft es nicht wirklich, aber hören wir erstmal rein, was Bernie sagt. Ganz genau, ganz genau. Bernie Sanders trifft den Nagel auf den Kopf, ja, auch ein Blindesum findet mal ein Korn. Es geht auch da, wir haben unsere Prinzipien und auch wenn die Mehrheit dagegen ist, wenn wir prinzipienbasiert geleitet sind, dann vertreten wir auch unpopuläre Meinungen. Und das ist eine Sache, die Joe Biden nie machen würde. Joe Biden, wie gesagt, der Grashalm im Wind, beugt sich so, wie der Wind halb läst. But it's not just bankruptcy. The difference between Joe and I on higher education is, four years ago, it was not a popular idea, Joe. I'm glad you're coming around now. Four years ago, when I said that public colleges and universities should be tuition-free, people were saying, Bernie, that's a radical idea. Well, you got states and cities and counties all over the country that are moving in that direction. And I'm glad that Joe is on board. But what leadership is about is going forward when it's not popular, when it's an idea that you get criticized for. So I'm proud of that fact and I'm proud of my leadership on many issues. Joe, since the campaign, has come around. I talked about raising that minimum wage, 15 bucks an hour, four years ago. Also, wie Bernie Sanders die Worte wählt, finde ich einfach viel zu charmant noch. Joe has come around, ja. Man könnte auch sagen, wenn man das jetzt böse formulieren will oder ein bisschen negativer, Joe has flip-flopped his opinion. Once again, ja, der kleine Flipper-Flopper. Der Wind dreht sich, Joe dreht sich auch. Der hat keine Prinzipien. Und er hat keine Leadership. Der macht halt das, was die Mehrheit will. Okay. Und, ja, gut. Joe, so did I. And I went out in 15 dollars an hour? 15 dollars an hour in New York City. Go talk to the governor. I will talk to the governor. I'm not aware of that. I am not aware of that. Oh, I will talk to the governor. I'm not aware of that. Also, das ist einfach viel zu soft. Viel zu soft für mich. Ich möchte ein bisschen mehr Action sehen, ein bisschen mehr Drama. Die Gladiatoren müssen bluten. Okay, wir skippen wieder nach vorne. Okay, also, ein sehr guter Ausschnitt finde ich jetzt auch, weil Bernie Sanders hat wohl seine Hausaufgaben gemacht und er weiß, wie Joe Biden wann wie gewählt hat. Und, ich meine, wir können ja sehr viel über eine Person darüber ableiten, wie sie halt wählt, ja. Wenn ich, was weiß ich, für das Rettungspaket der Banken bin und dafür abstimme, also meine politische Macht dafür benutze, dann zeigt uns das auch, was für einen, was für einen Charakter man hat. Also, Joe, ähm, Bernie Sanders bitte. Also, der Wind bei der homosexuellen Heirat hat sich gedreht. Ja, vor 20 Jahren, 25 Jahren, 30 Jahren war das eine sehr unpopuläre Meinung, das zu vertreten, dass auch Homosexuelle sich vor dem Staat verheiraten können. Und Joe Biden war natürlich dagegen, dass sie das machen, ja. Und, ah, believe, marriage should be between a man and a woman, so nach dem Motto. Bernie Sanders war dafür. Bernie Sanders hat die unpopuläre Meinung vertreten, weil er zumindest einen Teil von seinem Rückgrat noch hat. Also, er hat für den Defense of the Marriage Act gewotet, ja. Und Marriage Act ist also diese Legislatur, dass Heiraten nur zwischen einem Mann und einer Frau sein können. Ich wähle gegen die Bankruptcy Bill. Ihr wähltet für ihn. Ich wähle gegen die War in Irak, was also ein tough vote. Ihr wähltet für ihn. Ich wähle gegen die Zerstörte trade agreements, wie NAFTA und PNTR mit China, die kostet das Land über 4 Millionen gut-paying jobs. Ihr wähltet für ihn. Ich wähle gegen die Heide-Amendung, die denies low-income Frauen die right zu bekommen. Also, liebe CNN-Moderatorin, warum lässt du die nicht aussprechen? Er ist gerade zu seinem Punkt gekommen, ja, um den Schlussstrich zu machen. Und zwar den Schlussstrich unter Joe Biden hat für den Krieg im Irak gestimmt, für die Rettungspakete der Banken 2008, für den Defense of the Marriage Act, dass Homosexuelle nicht heiraten können und für NAFTA und whatever. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Und Bernie Sanders hat bei all diesen Issues die andere Position vertreten. Also, würde ich sagen, die gesündere Position, ja, die nicht so, ja, die nicht machtmaximierende Position. Weil letztendlich sind das alles Legislaturen, die die Macht des Staates vergrößern. Und, ja, gut. Das ist wirklich der Voting Record. Das ist das, was wir objektiv anschauen können. Weil wir wissen ja nicht, was beim Joe und beim Bernie im Kopf abgeht. Aber was sie letztendlich getan haben, ihre Handlungen, die können wir beurteilen. Und ich finde das sehr, ja, respektlos, dass die Moderatoren, beziehungsweise respektlos, ja, das hat ja mit Respekt nichts zu tun. Das ist ja hier politisch geleitetes Drama, dass sie ihm einfach das Wort wegnimmt, wo er gerade seinen Schlusspunkt machen will. We can argue about the past to the future. This man voted against the Brady Bill five times. Background checks. Background checks. Five times. Number one. Number two, this man is the only, one of the few Democrats I know who voted to exempt the gun industry from being able to be sued. Talk about a special, special interest. We can sue, we should be able to sue drug companies. We should be able to sue tobacco companies. We cannot sue the gun manufacturers because he voted for that years ago. He says it was a mistake now. I'm prepared to accept he says it's a mistake. The question is, what do we do from this point on? And by the way, I might add, I'm the first person to go on national television in any administration and say I supported gay marriage. I supported gay marriage when asked. And I, so, and it started a ripple effect. I'm not taking all credit for it, but I'm the first major player to say I support gay marriage on national television. Also, Joe Biden zählt jetzt hier Legislatur auf, die in seinen Augen oder in den Augen des Pöbels unpopulär sind, ja, dass man Background checks bei, bei Waffenkäufen und so weiter haben muss, wo Bernie Sanders wohl dagegen gestimmt hat. Und eigentlich nach dem Zweiten Amendment in den USA, ja, der Right to Bear Arms, sollten die Leute ja eigentlich auch Waffen kaufen können. Gut, wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall, wenn man das so vergleicht, ja, mit den Legislaturen von Joe Biden. Vor allem den Krieg im Irak, ja, wo hunderttausende Tote daraus entstanden sind. Äh, ich, 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 ich google das einfach mal, ja, ich, ich hab ja hier das Internet, ähm, und zwar Iraq War Casualties. Okay, Wikipedia ist hier eine unzuverlässige Quelle, finde ich. Iraq Body Count Punkt Org sagt uns, gibt's hier ein Total, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 288.000 Tote mit, äh, Combatants, also mit Kriegern. Und 180.000 bis 200.000, fast 210.000 Tote, Zivilisten. Unglaublich, ja. So viele Leute sind also gestorben durch den Irakkrieg alleine. Und das, das rechnet ja noch gar nicht mit, was für Geld da alles reingeflossen ist, ja. Was für, ähm, okay. Wir machen das jetzt aber mal, äh, sehr richtig. Und wir gucken noch eine zweite Quelle an, Statista. Was sagen die? Gibt's hier nicht Total. Leute, ich will einfach nur Total sehen. Ähm. Wie sagen... The number of documented civilian deaths in Iraq War peaked. Okay, aber das ist ja nur 29.000 oder fast 30.000 im Jahr 2006. Ähm. Okay, also hier. Oh, 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 oh. Hier fängt der Satz an. Eight years later, in December 2011, the US formally declared an end to the war in Iraq. From the start of the war 2003 until September 30, 2015, It is estimated that the United States has spent a total over 819 billion US-Dollars on war costs in Iraq. Ja, also 819 Milliarden US-Dollar für den Krieg im Irak ausgegeben. Und steht jetzt hier nicht, wie viele Leute da gestorben sind. Okay, aber das sind, das sind schon viele. Ich weiß jetzt hier nicht, wie ich mir den Total anzeigen lassen kann, aber wir gehen jetzt einfach mal von über 150.000 Toten aus. Ich denke, das ist eine konservative Schätzung. Und, ja. Wie viele Leben sind dadurch zerstört worden? Also, ich finde das eine schlimmere, ähm, schlimmer als für gegen Background-Checks zu voten. Just me, ja. Die Rettungspakete. Auch nochmal 800 Milliarden und aufwärts. Das ist, ja, doch mal genau so ein Batzen drauf. Finde ich viel schlimmer als, äh, was Joe Biden jetzt hier angebracht hat. Deswegen müssen wir das einfach alles im Verhältnis miteinander sehen. Und ich finde, Joe Biden hat hier halt abgelost. Okay, wir springen weiter nach vorne. Okay, wir sind ein ganzes Stück nach vorne gesprungen. Nähern uns dem Ende der Debatte. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40 von zwei Stunden. Und es geht jetzt hier um die Außenpolitik der USA. Ja, ein ganz interessantes Thema, das uns letztendlich auch irgendwie alle betrifft. Und es geht darum, ja, also, so der Kontext, worüber er gerade geredet wurde. Bernie Sanders hat ja ein Fable irgendwie für autoritäre Regime. Wird ihm zumindest nachgesagt. Und er fand Fidel Castro ganz toll, obwohl der auch sehr viel Blut an den Händen hat. Und China findet er toll und so weiter. Und jetzt, also das ist so das Framing von der, von dem Moment gerade, in dem wir uns jetzt befinden. Nur, dass ihr ungefähr wisst, worum es geht. Ich finde es schade, dass Bernie Sanders ihn hier abbricht, weil ich würde sehr gerne wissen, was an der zweiten Seite von dem Satz kommt. That's like saying Jack the Ripper. Okay, also ich kenne dieses Sprichwort nicht. Wenn ihr das wisst, was Jack the Ripper ist und was er mit China zusammen zu tun hat, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Aber so die Frage, die Bernie gestellt hat, ja, die Leute unter der chinesischen Fuchtel sind viele aus der Armut aufgestiegen. Aber das ist ja nicht wegen der autoritären Regimeführung von China, sondern trotz des autoritären Regimes. Und so Wirtschaftszonen wie Hongkong haben natürlich auch da maßgeblich dazu beigetragen. Okay, was ist der Unterschied zwischen einer Diktatorship und einem autoritären Regime? Ich würde sagen, eine Diktatur ist sozusagen eine Untergruppe von autoritären Regimen. Also wir können autoritäre Regime haben und eine Diktatur ist so praktisch eine Kategorie davon. Das wäre jetzt so mein Verständnis. Also die Korrektur finde ich irgendwie entweder klugscheißerisch oder unbedeutend. So nur um dagegen zu halten, so nach dem Motto. Wie Joe Biden guckt, wie er guckt, das ist so witzig. United Emirates ist das. Also, ja, und das sind natürlich zwei Punkte, die man Bernie Sanders zuguteheißen muss. Ja, die USA stecken ja notorisch mit Saudi-Arabien unter einer Decke und bei allen LGBTQ-Rechten, was in Saudi-Arabien abgeht, ja, dass die Frauen bis vor kurzem nicht mal Auto fahren durften, das ist ja irgendwie scheißegal. Aber nur in der ersten Welt sind die Frauen unterdrückt und so. Okay. Und Bernie Sanders ist da tatsächlich jemand, der das kritisiert. Und das muss man ihm auch wirklich zugutehalten. Ähnlich wie der Palästina-Israel-Konflikt. Da ist Bernie Sanders auch einer der wenigen, der die Palästinenser verteidigt. Und was jetzt kommt, möchte ich einfach, dass ihr das so vom Framing behaltet, dass die USA nicht das Land der Freiheit sind. Die USA sind mittlerweile der Moloch geworden, ja. Der Overlord, das Weltimperium, ja. Oder das Empire, ja, das Imperium schlechthin. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr im britischen Imperium, wir sind jetzt im US-amerikanischen Imperium. Und dass Joe Biden, ja, der, wie gesagt, die Personifikation des Establishments ist, ihr uns was erzählt von, ja, ich bin gegen autoritäre Regime und so weiter, das ist wieder so der typische amerikanische Doppelstandard. Ja, das kann doch nur ein Joe Biden sagen. Der Doppelthink ist so stark. Deswegen, er glaubt ihm nicht. Und wir behalten einfach mal im Hinterkopf, dass viele Vorwürfe, die vorgebracht werden, auch für die USA zählen würden. Look, the idea of occasionally saying something nice about a country is one thing. The idea of praising a country that is violating human rights around the world is in fact makes our allies wonder what's going on. Julian Assange, sagt das jemand was? Ja, Menschenrechte wegen Redefreiheit, weil er hier die, ja, die dunklen Geheimnisse des Imperiums aufwirft? Da sind die Menschenrechte ja komplett egal, ne? Also andere Leute kann man immer sehr stark kritisieren, aber selber, wir haben doch eine reine Weste. Was do you think the South Koreans think when he praises China like that? Was do you think the Australians believe in the shadow of China? Was do you think is happening in Indonesia in the shadow of China? Was do you think is happening in terms of Japan in the shadow of China? Words matter. These are flat-out dictators, period. And they should be called for it, straight up. We may have to work out. For example, I was able to help negotiate a new start agreement with Russia. Not because I like Putin. The guy's a thug. Mr. Vice President, I'll stick with foreign powers. Also, das ist Joe Biden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er ein Warhawk ist, ein Warmonger. Jemand wie Hillary Clinton, ja, wenn der an der Macht ist, wenn der Chief Commander vom US-Militär ist, dann wird es Bomben hageln. Dann gibt es richtig Krieg, ja. Das ist so jemand, der lässt sich vom Deep State, und dazu möchte ich in der nächsten Zeit auch eine Folge machen, lässt er sich richtig beeinflussen, ja. Wenn da die Leute sagen, ja, wir müssen das Land bombardieren oder wir müssen da die Regierung wechseln, dann sagt Joe Biden direkt, ja. Also, der hat eben keine Prinzipien. Der hat keinen Rückgrat. Der erkennt die Souveränität von anderen Ländern nicht an, ja. Für den ist die USA das Nonplusultra. Und wenn die USA was macht, dann ist das immer gut. Und wenn das andere Länder machen, dann ist das schlecht. Also, wow, tolle Frage. Vielen Dank CNN, dass das gefragt wird. Weil das ist jetzt echt der Punkt, wo Joe Biden sich entschuldigen kann dafür, dass seine Stimme mitverantwortlich ist für die hunderttausenden Toten, die der Irakkrieg gefordert hat. Und als, ja, ich meine, man kann mal Fehler machen. Nach 9-11 war die Stimmung aufgeheizt. Und da wollte man halt in den Krieg ziehen. Und ein ehrlicher Mensch würde jetzt sagen, ja, ich, ne, wir müssen uns auch klar machen, wie hat's denn, wie ist es denn zum Irakkrieg gekommen? Weil man, die wurden ja, und ich hole das gerne wieder in unsere Gedächtnisse, die wurden ja angelogen, die amerikanische Bevölkerung. Ja, es wurde ja gesagt, Saddam Hussein hat Weapons of Mass Destruction. Und ich werde das natürlich jetzt mal einfach hier live und on air. Weapons of Mass Destruction. Ja, also die Amerikaner wurden angelogen. Wir hören mal kurz rein in eine Rede von George W. Bush von vor 13 Jahren. Okay, das hier ist irgendwie zu leise. Wird wahrscheinlich aber schon in die richtige Richtung gehen. Warum ist das so leise? Ich nehme das Thema sehr 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 sehr. Ich nehme das Thema, dass er weapons von Mass Destruction entwickelt sehr sehr sehr. Ich nehme das Thema, dass er zwei Länder hat vorhin verletzt. Okay, also es ist sehr leise, das Audio. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig gehört hat. Auf jeden Fall. USVP, wir hören das vielleicht nochmal rein. Die sind alle so leise, die Videos. Also Dick Cheney, den guten Dick Cheney. Schaut euch mal den Film Weiß an mit Christian Bale. Hier, das ist der hier. Und Dick Cheney, also einer der ekelhaftesten Menschen, die es gibt, hat da die Leute in den Irakkrieg reingelogen. Und so, mache ich das wieder weg. Also das ist komplett eine Lüge gewesen, dass Saddam Hussein Weapons of Mass Destruction hat. Da ging es einfach darum, wieder das Regime zu wechseln. Und gut, dann wurde da also die Lüge verbreitet und letztendlich hunderttausende Tote davon resultiert. Joe Biden, was hast du daraus gelernt? Hm, vielleicht der Intelligence Community, ja, nicht Vertrauen. Dass man vielleicht im Zweifelsfall eher den Frieden wahrt, als in einen Invasionskrieg zu ziehen. Wäre vielleicht die verantwortliche Antwort jetzt auf diese Frage von Jack Tepper gewesen. Aber wir schauen mal, was Joe dazu sagt. I learned I can't take the word of a president when in fact they assured me that he would not use force. Remember the context. The context was the United Nations Security Council was going to vote to insist that we allow inspectors in to determine whether or not. Whether or not they were in fact producing nuclear weapons or weapons of mass destruction. They were not. And what's the first thing that happened when we got elected? The president Obama turned to me and said, get those troops out of there. I was responsible for getting 150.000 combat troops out of Iraq. I was, I admitted 14 years ago, was in spake to have trusted him. And I'm prepared to compare my foreign policy credentials up against my friend here. On any day of the week and every day of the week. Okay, also, er entschuldigt sich nicht dafür. Äh, ich glaube, er hat auch nicht verstanden, oder natürlich hat er verstanden, dass das eine komplette Lüge war. Dass, ähm, ja, also, dieser Krieg ist auf einer Lüge entstanden. Und Joe Bidens Lektion daraus ist jetzt, nicht dem Präsidenten zu vertrauen. Okay, meinst du mit dem Präsidenten, also meinst du jetzt nur den Präsidenten, oder meinst du generell so andere Leute, dass man halt wirklich handfeste Beweise braucht, bevor man da in den Krieg zieht und mehrere hunderttausend Leute auf den Haufen, ja, oder über den Haufen rafft. Ja, also, ne, der Voting-Record von Bernie Sanders gefällt mir da besser, wenn der gegen den Irak-Krieg gestimmt hat. Und, ähm, okay. Aber ich sehe, ich sehe jetzt nicht, dass es Joe Biden leidtut und ich glaube, der würde das direkt nochmal machen, ja. Wenn er, angenommen mal, hypothetisch das Beispiel, er wird Präsident, ja, wird, ähm, im Januar 2021 gewählt und dann kommt die Iran-Frage, ja. Und dann ist wieder die Frage, ja, Israel schreit, ah, die haben, äh, die bauen Atombomben. Hundert Prozent, okay, nicht hundert Prozent, 99 Prozent ist Joe Biden direkt dabei, in den Krieg zu ziehen. Der hat nichts gelernt aus dem Irak-Krieg, der, dem tut das nicht leid, der versteht nicht, wie viele Leben dadurch ruiniert wurden. Und, ja, deswegen wird sich das Schicksal hier wohl wiederholen, wenn er denn Präsident werden würde. Off with the war in Irak, Joe. I was there too, I was in the house. Uh, I understood. And by the way, let's be clear about what that vote was. And you were there at the signing, uh, a ceremony with Bush. Uh, everybody in the world knew, that when you voted for that, uh, resolution, you were giving Bush the authority to go to war. And everybody knew, that's exactly what he and Cheney wanted to do. Okay, Bernie Sanders hier. Er könnte es ein bisschen, äh, kräftiger sagen, aber er called Joe out, ja. Er sagt, es ging nicht darum, Inspektoren reinzubringen in den, äh, in Irak, sondern es ging darum, den Krieg zu erklären. Und, das habt ihr gemacht. Most people, who followed that issue closely, understood, that the Bush administration was lying through its teeth, with regard to Saddam having weapons of mass destruction. I understood that. I was on the floor of the house time and time again. But the issue is not just the war in Iraq. That was a long time ago. Ah, ja, also, Bernie Sanders hat hier die perfekte Vorlage. Er muss nur noch den, den Ball reinschmettern. Und er macht's nicht, ja. Er hat gesagt, jeder, oder alle Leute, die sich damit beschäftigt haben, wussten, dass Dick Cheney und George W. Bush durch ihre, ähm, Zähne lügen, wenn sie sagen, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat. Und Bernie Sanders, und da muss man ihm wirklich sehr viel Credit dafür geben, hat das auch schon 2003 verstanden. Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, das emotionale Argument anzuwenden und zu sagen, Joe, diese ganzen Tausende von Leben, die ausgelöscht wurden und wie viel mehr Leben noch dadurch zerstört wurden, dass irgendwelche, ja, Gliedmaßen abgefetzt wurden und so weiter. Tut dir das nicht leid? Siehst du dieses Leid nicht vor deinen Augen? Und Bernie Sanders sagt, ach, vergessen wir die Vergangenheit. Ja, das war eine lange Zeit her. Wirklich, Bernie. Willst du das überhaupt gewinnen, hä? The issue is the trade agreement. Wasn't so easy for me to lead the effort against disastrous trade agreements. The issue was the bankruptcy bill that you supported. The issue was the Hyde Amendment. The issue was the Defense of Marriage Act. The issue is whether or not in difficult times, and God knows these are difficult times, We're going to have the courage to take on powerful special interests and do what's right for the working families of this country. Der Moderator cuttet Bernie Sanders wieder weg. Ja, also ich möchte es nur erwähnt haben. Why did you vote not to sanction the Russians? You know why? Because you keep talking about Iran. That was tied to Iran. Russia was in Iran. I think John Kerry indicated his support for what I did. That was undermining the Iranian agreement. That's why. That's not true. Our administration... That's why. And that's the only reason why. I have condemned Russia time and time again. Vice President Biden. The fact is that the idea that I, in fact, supported the things that he suggested is not accurate. Look, I'm the guy that helped put together the Iran deal. Also Joe, hast du jetzt für den Irak-Krieg gestimmt oder nicht? Weil das kann man ja einfach nachgucken. Und ihr ahnt, was jetzt kommt. Wir googeln das einfach mal. Ja, wir hier Joe Biden, Irak, War Signing. Oder Vote, ja. Vote, so. Nicht Google Bilder. Und ich benutze DuckDuckGo, nicht Google. Ja. Wir gehen jetzt nicht zu CNN, sondern wir gehen zu The Set Times. These Times, ah. These Times, okay. Nee, ich will eigentlich ein Erste-Hand-Video. Am besten von der Zeit von damals. Okay. Also ich merke schon, das wird schwierig, das zu finden. Vielleicht Zeining. Vielleicht 2003. Okay. Also, ich finde es jetzt nicht. Ihr könnt das gerne selber raussuchen und euch anschauen. Aber, ne, ohne das jetzt, ähm, ja, hier vielleicht. Franking Member, Senator Biden. I want to try to ask a couple very specific questions. If you help me by giving as quick an answer as you could. What are your working assumptions on the cost side for the rest of O3 and for O4 for RAC? For the rest of O3, Senator Biden, on the cost side, our working assumptions are those that Ambassador Bremmer has brought back to us. He's anticipating expenditures in the range for the total of O3 of about $7.3 billion. How much will you be requesting for the remainder of the year, if any, from the United States Congress to fund that need? We don't anticipate requesting anything additional for the balance of this year. And what do you anticipate for O4? I don't know the answer to that. Ambassador Bremmer is... Give me a break, will you? When are you guys starting to be honest with us? Come on. I mean, this is ridiculous. To suggest that this is an issue of honesty really is very... It is a suggestion of candor. Oh, it is. It is very misleading. Of candor. Of candor. You know there's going to be at least 100,000 American forces there for the next calendar year. Senator, I don't know... And you're not asking us for any money. Let me finish the place. Let me finish. Let me finish. Ja, okay. Also, ich werde das jetzt nicht komplett spielen. Das ist jetzt auch nicht der Punkt von diesem Video hier. Aber, ne, wenn die Leute damals gewusst hätten, wenn Joe Biden damals gewusst hätte, dass das über 800 Milliarden US-Dollar kosten würde, naja, und wie viele Tote das gibt. Ja, nichts ist so permanent wie ein temporäres staatliches Programm. Okay, wir kommen jetzt aber langsam zum Ende. Ja, wir wollen jetzt hier fertig machen mit der Debatte und wir skippen mal kurz durch. Und got the inspectors in there. That was my, my chief of staff was the guy, my foreign policy guy, doing that negotiation. I was the guy that helped put together a 60-nation organization to take on the ISIS in Iraq and in Syria. I've dealt with these folks. I know them, and I know what they're like, and I know who the good guys are and who the bad guys are. The fact is, this Bernie's notion about... This asshole, this come back. Nein, er einfach knallt auf sich nochmal die Zunge. Schade, schade, schade. But how he embraces folks like the Sandinistas and Cuba and the former Soviet Union and talks about the good things they did in China is absolutely contrary to every message we want to send the rest of the world. Senator Sanders. Also, okay. Ich skipp das mal kurz. Aber wenn es so um den Krieg geht, dann ist mir Bernie Sanders auf jeden Fall tausendmal lieber als Joe Biden. Mal sehen, ob wir noch einen Juicy-Clip kurz vor Ende der Debatte sehen. Okay, also. Ich habe die Debatte bis zum Ende geskippt. Es gibt nichts mehr Interessantes. Und ich glaube, das hier ist jetzt auch lang genug, um dieses Video hier nochmal abzuschließen. Ich möchte mich hier auf jeden Fall bei euch bedanken. Und ich hoffe, ihr habt was gelernt bei meiner Analyse. Und ich habe es ein bisschen unterhaltsamer gemacht, als es normalerweise wäre vielleicht. Ich denke, es ist teilweise sehr trocken. Ich persönlich, mir gefällt das. Ja, ich lache über die lustigen Momente. Und ja, zum Abschluss spiele ich euch noch einen kleinen Clip. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Und hoffentlich bis bald. Für die Leute, die jetzt nur den Podcast hören, ich mache nochmal die Sniffing-Compilation von Joe Biden. Ja, also abonniert meinen Podcast. Mein Podcast ist, denke ich, so die wichtigste Plattform, wo ihr mir folgen könnt. All mein Content wird auch in Audioform auf meinem Podcast zu hören sein. Ich versuche jetzt vielleicht auch mal öfter Video zu machen, weil ich jetzt herausgefunden habe, dass ich mein Handy mit der HD-Kamera an meinem Laptop anschließen kann oder als Webcam benutzen kann, was sehr cool ist. Alter Schwede. Das ist so creepy. Okay. Also, wie ihr gerade da die Kinder betatscht und so. Ja, also folgt meinem Podcast. alexanarcho.net forward slash support. Findet ihr auch die Spendenlinks. Ich akzeptiere Bitcoin und Monero. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Sowohl auf dem YouTube-Channel als auch auf dem Podcast. Und ich denke, in diesem Sinne, peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.